Klar. Jetzt echt? Ja. Liegt der? Denkt er an KOS, ne? Oh. Oh, Zimbel hat ihn ermordet, KOS. Hast du Glück, der Stream geht erst in drei Sekunden. Ja, mal klopft. Habt ihr wenigstens leer gemacht? Naked. Achso, Naked. Ja, hör mal. Die bringe ich auch um. Für die Köpfe. Wir müssen auf jeden Fall die Köpfe sammeln. Eine Truhe nächste Season. Nächste Season auf jeden Fall. Im RP. Aber gut, da werden wir ja nicht so viele Leute umlegen wahrscheinlich. Wir laufen, wir entfernen uns so vom Strand, ne? Ja, aber im Strand war auch, glaube ich, nix mehr, oder? Hast du noch was gesehen? Ja, Klippen sind aber immer interessant, gerade wenn du raiden darfst. Vorne kommt irgendwas. Ja, das ist mit vier Windmühlen. Große Base, aber Holz. Und unten ist Stein. Solar Pendels, Dings. Ein fettes Tor, was zerfällt, glaube ich. Hier oben, bei L8, da bin ich öfter Farm gegangen. Und wenn man da die Straße hochgeht, da waren ein, zwei Basen. Die waren gar nicht so klein. L8. Das ist ganz woanders, ja. Ey, da unten ist die Türe auf. Ey, ey, da unten ist die Türe auf. Bei der großen Base hier? Ja, mit dem Windmühlen, mit dem Windmühlen. Da ist die Türe unten auf. Habe ich gerade gesehen. Die Türe ist auf. Einzeltür. Wir dürfen nicht so laut sein. Hier steht ja Sperrme bei da oben. Das ist auch der Supermarkt. Die Tür wird auf sein. Soll immer auf sein. Das soll so sein, denke ich mal. Ach, Supermarkt, okay. Geh mal gucken. Alter, habt ihr das hier gesehen? Oder zerfällt, ne? Das ist leer, ne? Was soll denn da hier? Ich bin nicht vom Markt um, naja. Hier ist nichts. Das wäre so richtig ehrenlos. Den Supermarkt überfallen. Ist Junkyard KOS-Zone? Wir könnten ja hier mal die Tür aufsprengen, wo wir den Supermarkt reingehen. Was ist das denn? Supermarkt? Ne, da oben nicht. Aber da unten ist doch kein Shop drin, Alter. Hier ist kein Shop. Was für ein Supermarkt? Und da ist eine Tür, die gesichert ist. Was soll das denn für ein Supermarkt sein? Das ist fake. Alter, ich glaube, da hat sich jemand versucht schon hochzunehmen. Da ist das kein Supermarkt mehr. Hat noch wer Leitern dabei? Ich habe fünf. Ich habe auch fünf. Okay. Sollen wir da hoch? Also ich weiß nicht, wo ihr hier im Supermarkt lebt. Aber meint ihr, dass da geiler Stuff drin ist mit den Wasserpumpen? Das sieht doch eher so aus wie eine Plantage, oder nicht? Ja, aber wo seht ihr denn hier im Supermarkt? Ja, aber guck mal, wer sich die Mühe macht, so hoch und alles, so mit dem Strom. Der wird so viele Etagen, der wird auch ein Lager haben. Ja, ich meine, was machen wir, wenn da nur Scheiße drin ist, Alter? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn da nur Bären und Samen und so was Scheiße drin ist. Die könnte auch von mir haben. Dann lass uns lieber irgendwo... Kannst du sogar Flashing machen bei den Lichtern. Ja, da ist, glaube ich, nicht wirklich heute da. Nein, da ist ein Schild, da steht Supermarkt, aber da wird was anderes sein. Echt, das stammt jetzt gerade noch da drauf. Bei mir steht immer noch Supermarkt. Ferg Essen. Hab ich auch gelöscht. Echt, steht noch drauf, ich kann das sehen. Hättest du deine Pehnen hinterlassen müssen. Echt, meine Pehnen. Pehnisse. So. Achtung, Sujuk. Herr Freund, halt mal ein Schild, sag Jein zu Sujuk. Sag Jein zu... Ach, was ist das hier für eine kleine... Ja... Steht hier irgendwas Größeres in der Nähe? Nee, ne? Nee, aber hier steht das kleine Bunkermäßig. Oh, nee, war ein Pferdestall. Pferdestaller. Okay. Sein Feld an der Bäume. Ich geh rechts anhöhe. Oh, das ist Freddy vorhin, vorhin. Das Junkie hat KS-Zone. Nein. Hallo? Hallo? Oh, das ist ein Feld, ne? Ja, ja. Hat nicht Hallo gesagt. Woher haben wir nicht was Schönes? Deswegen habe ich das Gefühl, dass auf die andere Seite viel versprechen, aber wo wir gestern waren. Wo bin ich hier, Alter? Wo sind wir hier? Also, Merlin. Oh, hier sieht der. Merlin, mein Bester. Oh, hier ist auch eine Base am Wasser. Das kann ja deren Base gewünscht sein. Der nennt mich Merlin, Alter. Oder heißt einer von den Merlin? Ich hoffe, der macht mein Schlafsack kaputt. Hier ist eine Base... Wie ist das, wenn der meinen Schlafsack kaputt macht? Das ist doch auch Raiden, oder? Ich habe Brüllen auch ein kaputt gemacht. Ich sehe so ein 2, Base, 3 sogar. Und hier ist das Tor einfach offen. Das große. Oh, das sieht schon wieder ein bisschen interessanter aus. Und das Tor ist offen. Das ist schon mal... Aber da stehen nur... Ich sehe nur drei Öfen und die Base zerfällt schon. Oder? Nee, das ist damit die... Nee, die zerfällt nicht, oder? Doch, da hängt Leiter dran. Türen sind offen. Eine Werkbank ist schon zu sehen. Da gebe ich nichts mehr. Naja, hier liegt noch einer dran. Der ist auch schon... Der wurde ausgezogen. Noch einer. Freezy. Oh, ne. Denks. Handgranate. Nee, bitte. Ich höre doch hier einen Bär, oder? Ey, guck mal, ein Gaul. Da drüben ist noch eine Richtung. Ich habe ihn erlöst. Der hatte nicht mehr viel. Das ist der Eingang da zur U-Bahn. Oh, da ist Fischerdorf. Das ist Fischerdorf, ja. Da brauchen wir ja nicht lang, oder? Ja, aber wir können Parabolantennen und so mal gucken. Da sind ja auch mehrere Shops, ne? Die Straße entlang. Wenn wir gleich die richtige... Zur richtigen Straße... An der richtigen Straße sind. Okay. Ja. Aber wenn wir zur Hauptstraße hoch, meinst du? Zum Mining Outpost, oder was? Ja... Das ist auf jeden Fall Base. Ja, genau, genau. Mining Outpost, die Richtung so. Ja, lass mal da hin. Dann die Straße hoch. Ja. Warte mal, Sportplatz hier. H21, da sind die Häuser, die ich meinte. Die Basen. Hab ich schon schraubt an, Mann. H21? Da. Ich erzähle gleich die Straße hoch. Ja, und gehen wir einmal... Oh, guck mal, ein Bär. Einmal rüber gucken gehen. Ja, da kommen wir nicht mehr an. Ja, wir machen jetzt gleich die Straße auf der Seite an den Sack, glaube ich, das ist interessant aus. Okay. Wir haben eine Mauererung hin. Oben, was steht da? Oha. Oha. Ich stehe gerade hin. Ui. Ist ja ein bisschen größer. Oben sind auf jeden Fall auch Geschütze drin, nehm ich an. Okay, sind schon... Sind drei oder vier, ja. Vier Wände, glaube ich. Fünf. So wie das aussieht. Vielleicht sechs, wenn du das auch an den Sackstest, wo drauf der Ton noch steht. Ja, Gerüste dahinter auch. Und du weißt nicht, was dazwischen ist, ne? Ja. Aber da hinten, würde ich sagen, haben sich ja schon mal welche hochgebaut oder wieder rausgebaut. Da stehen voll viele Shotgun-Trips obendrum. Da hinten läuft einer. Auf Süden. Ne, ne, in der Base. So. Guckst du drinnen, Leute? Hm? Ist einer drinnen in der großen, Leute? Hm. Minimum einen habe ich gesehen. Aber da brauchst du nicht probieren. Lass uns mal die an der Straße angucken. Ansonsten sind wir ja auch hier noch ein paar an der Straße. Schauen wir da mal. Ja, ja. Das, glaube ich, geht was ab. Mein Ding auf Post. Auch so viel, weil was in der Nähe. Schade, dass ich keinen Bogen dabei habe. Aber da kann ich mir, glaube ich. Oh, die laufen ein bisschen falsch. Gustav und ich sind zum Wasser gelaufen. Und jetzt hier der goldene Fund, Alter. Digger, auf einer Base, auf einer Map, wo deine Base geradet werden darf, ne? Ist es das Geilste, wenn du im Felsen baust, in einem Abhang. Irgendwo am Kartenrand. Vorne kommt auf jeden Fall noch was. Ja, guck mal. Guck mal hier, H24. Ja, da zerfällt aber schon eine. Aber die hintere zerfällt nicht. Aber guck dir den Billo-Zaun an. Das ist ein Skischatten-Zaun. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da gerade eben oben jemand am Fenster langflitzen sehen habe oder nicht. Die ist schon im Arsch hier. Ich stoße, ja, die ist im Arsch, aber die andere ist, äh, drin. Seid ihr alle da hinten? Ja. Wurdet ihr raided, Nico? Alter. Eigentlich musst du die direkt kaputt schreien über Caps Lock, Alter. Geh schlafen! Werden gerade. Seid ihr bei Lost? Ne, ne? Da ist jemand drin, ja, ja, da ist jemand drin. Okay, ich bin jetzt hier von hinten in Deckung. Ja, scheiß doch. Wollen wir mal probieren, wer soll das. Wenn der da drin ist, wollen wir die einfach wegsprengen. Ja, aber ist das nicht schon lustiger? Ich könnte auch einfach mit einer Rakete aus dem Haus schießen und wir ballen ihn einfach weg. Dann ist der Raid offiziell eröffnet. Guck mal, der hat eine Brickholzdecke da oben. Siehst du das? Ne, das ist voll... Da oben, ja! Ich meine, klar, da muss man erstmal hinkommen, ne? Hallo? Hallo? Ey, für die Stimme... Ey, ich mach nichts, ich will nur gucken. Hallo? Hallo? Alter, das ist doch der, den wir für seinen Namen... Es geht! Ey, ich hab nichts, keine Sorge. Habt ihr was für mich? Eine von denen. Alter, ehrlich jetzt? Das ist meine, ich verpiste euch. Habt ihr das gehört? Ja. Sollen wir? Ja, komm rein, Dani, und die Olga. Habt ihr was für mich? Den holen wir jetzt. Ja, wir haben was für dich, wir haben was für dich. Nein, keine Kugeln in meinen Kopf, bitte. Nein, nein, nein. Keine MC, ey. Keine MC, ey. Oh! 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 Scheiße! Alter, Falter! Wodin? Ach, das ist schon ein Stück weiter. Lenk mich doch auf den Arsch, Leute. Was guckst du so? Frag ihm mal, weißt du, was geht denn? Ach, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Habt ihr gehört? Hallo, das ist meine Base hier, ich bin der Inhaber. Dass ich auch ein bisschen Gambo machen kann. Guten Tag, wie kann man euch helfen? Ey! Ey, Dr. Silviox, ist der Name völlig gefallen. Ah, ich hab's da, ich hab's da. Nichts, was denn? Ah, ich hab's da, ich hab's da stehen. Ich sag ein Adlerauge zu mir. Genau, ey. Ey, der Pischer! Zieh bitte da draußen. Vorsichtig, vorsichtig mit diesen Kraftworten, junger Mann. Es tut mir sehr leid, der Herr. Wollen Sie mit reinkommen? Wollen Sie mit reinkommen in den Sauna? Kommen Sie mal mit. Nein, 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 nein. Warum kommen Sie bitte mal mit? Ich will Ihnen nur was zeigen. Du hast ja hier so eine schlechte Lücke gelassen einfach. So eine schlechte Lücke gelassen einfach. Haben Sie eine... Ich weiß, ich bin Anfänger. Das ist mein dritter Tag heute in Rust. Lass mit. Bitte. Lass mich. Das ist mein dritter Tag in Rust. Lass mich. Lass, das ist mein dritter Tag in Rust. Aber jetzt kommen Sie bitte mit rein. Gucken Sie mal eine schöne Sauna. Die sind doch schon drin in der Sauna. Die sind doch schon drin in der Sauna. Ey, wir gehen da nicht mit rein. Die haben nachher Dings. Die sind doch schon drin in der Sauna. Bitte Abstand halten. Ey, die wollen RP. Sollen wir den RP geben? Bitte Abstand halten. Bitte Abstand halten. Los auf die Knie. Wenn Sie mich töten, Mr. MC, wenn Sie mich töten, Was hat er gesagt? Dann steht diese Base. Goiner, bitte. Mr. Goiner. Hallo, der Herr. Dann steht diese Base nicht mehr. Und bevor die ganze Sauna werden wir verraten bekommen, wo Ihre Base ist. Das ist wirklich sehenswert. Also bitte halten Sie Abstand. Ich bin wirklich naked. Ich wurde eben dreimal gekillt. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe mein Inventar voller Holz, weil ich die ganzen Lagerfeuer anmachen will. Ich habe wirklich nichts mehr. Die haben doch gar keine singere Base. Ich habe hier Stein, eine Fackel und sonst nur Holz. Ja, die Base sieht doch echt unprofessionell aus. Da brauche ich noch. Da ist doch locker nichts drin, oder? Ich kann nur noch ein paar Löhne ausflachen. Ja, ich weiß es nicht, Alter. Sobald er uns da reinlocken will, der ist 100 Pro. Komm mal mit rein. Das ist wirklich lustig. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Ja, ja. Komm. Komm. Damit deine Geschütze nicht weggrillen. Ja, toll. Ja, toll. Dein Dach besteht noch aus Brickholz. Moment, ich komme. Da ist ein Dach, das besteht aus Brickholz. Ich zeige dir, wo. Er hat 40 Stunden. Da. Da. Hey, Männer. Wir gehen da nicht rein. Wir gehen da nicht rein. Raid eröffnet. Raid eröffnet. Das ist eh nicht meine Base. Du hast das kaputt geschafft. Ach, da ist nichts drin, oder? Nein, wie gesagt. Aber das musst du schließen. Das musst du schließen. Mach dir keinen Kopf, wir raiden dich jetzt nicht, aber das musst du schließen. Ja. Ja. Ja, hier, guck mal, hier kriegst du. Guck mal, hier brauchst du Gears, guck mal her. Serios, bei so Rad brauchst du immer eine Eoka, ne? Immer die Eoka. Vielen Dank. Kannst du auch einen Helm haben. Oh, Stealth. Aber der Helm, der schützt, der Helm, der schützt aber nicht bei blöden Sprüchen, ne? So, gegen Kopfschüsse. Das immer schön merken. Gib mal deinen Full Metal, ey. Gib mal deinen Haku. Ey, wenn der mich weiter anspringt, dann mach ich den platt. Verwarnung 1. Ich hab wirklich, Leute, ich hab wirklich keine Fallen. Kommt mal mit rein, ich will euch meine Sauna zeigen. Ich hab nämlich meinstes Haus, hab ich voller Lagerfeuer. Digga, auf deiner Terrasse steht schon die erste Falle. Digga, auf deiner Terrasse steht schon die erste Falle. Da ist nichts drin. Ey, ist, ist beim Team. Ey, habt ihr gehört? Wir waren eigentlich heute Lost Raiden aus Spaß, deswegen hab ich wir beim Team. Ey, wo ist Lost? Wo, 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 wo finden wir Lost? Äh, nein, die passen den Server jetzt schon. S11, S12. Aber dafür kriege ich Full Gear HQ Und dafür kommt einer mit rein und guckt meine schöne Sauna Ihr habt Glück, wenn wir den nicht verraten Ihr habt Glück, wenn wir den nicht verraten Ja, nur einer mit rein, Alter, Jungs Meinst du, wir sind so doof? Ihr habt Glück, wenn wir den nicht verraten, sodass wir wissen, wo die wohnen, dass das von euch kommt Lass mal weiter, oder? Ich hab wirklich nichts drin, keine Fallen Doina, Verwarnung 2 Was, warum Verwarnungen? Weil du mir die ganze Zeit hinterher hilfst, lest die Regeln Was? Du sollst die Regeln lesen, ich hab die jetzt Warum ich das einfach nur mit dir? Du hüpfst mich die ganze Zeit an und kommst mir zu nahe, kommst mit Sprüchen mit Eoka Deshalb, wer weiß Und du auch, jetzt Verwarnung 1 für dich Lest die Regeln, ist besser, Jungs Bevor ihr wem auf den Sack geht, wenn ihr noch nicht lange Rust zockt, lest von jedem Server die Regeln Das war jetzt nochmal Hüpfen Verwarnung 2 Mach lieber keinen Müll Das endet für euch beide nicht gut Auch wenn ihr gerade nichts habt, irgendwas finden wir in der Base Ah, wir müssen weiter, ihr hörtet ja Nein, kannst du behalten Nur geht den Leuten nicht so auf den Sack, wenn die euch schon ein, zweimal verwarnen San Francisco Alter Ist der mir auf den Sack gegangen mit seiner Stimme und seinen Rumgespringern, äh, Junge Aber habt ihr das gerade gehört? Ah, wir laufen falsch, wir laufen falsch, hier lang, hier lang Warte, was hast du denn hier für ne kleine Base? Aber hier ist... Geschmotz Ähm Wie wärst du da eigentlich gekommen? Ja Ja, aber was war denn da jetzt mit dem Knall? Habt ihr das nicht gehört? Ja Ja, das war vielleicht hier Satellite Dish irgendwo ist Hier ist Schwefel, hat jemand ein Jackhammer dabei, hab ich gehört Ich hab ne, äh, was soll ja Spritzachs Wo ist Schwefel? Hier bei mir Wo bist du? Ich steh hier, nicht weit von euch, da genau, ihr kommt gerade hin, Hügel hoch Ach da S11 Die Welt, die da oben steht, da vorne, da steht noch so ein Panzerschrank drin, der fast zerfallen ist Ich würd gern einmal reingucken mit so einer kleinen Sprengladung oder so Dude, wir wären durch Ey, der Mad-Clan Da oben, guck mal, da oben ist der Stein Base Ja, aber der zerfällt glaub ich, oder? Der zerfällt auch schon, aber da steht in der Mitte noch ein richtiger Hochmetallpanzer Der fast zerfallen ist, also der hat nicht mehr viel Life Ey, wenn wir jetzt hier was reinspringen, die beiden Dudes, die hier hergelaufen, ne, dann schießen wir die weg, oder? Ja Ja, ja Pass auf, wir liegen über einem Landminen Langsam laufen Danke Nach vorne gucken Und wenn ihr Klick macht, lauft langsam, wenn ihr Klick macht, ne, dann stehen bleiben, man kann die entschärfen Also nicht ihr, nicht man selber Da ist ein Goal, oder was ist das? Ach, was ist das denn? Wer schießt denn hier? Hier schießt das Pferd Vorsicht! Da Ich erschießt das Pferd Ja, der muss doch hier was zu tun haben Ich mach mal die Tür auf Hat der Flammenwerfer mit, oder was? Ne, warte, warte, warte Ey, Vorsicht mit den Landminen, ne? Ja, ja Lauf dir mal vor Hier vorne liegt eine Hier rechts neben mir jetzt Vorsicht, geht mal weg, wir sprengen die Ja, die könnten aber noch mehr liegen Hä? Sehr schön Hier werden mit sie ja noch mehr liegen Der ist glaube ich noch zu Ist das einzige von der Base, das wohl noch nicht zerfallen ist Oben ist offen Aber ich sehe noch keine Leiter da dran Da ist auf jeden Fall HQ noch drin Aber wenn das schon zerfällt, ist da nicht mehr genug HQ drin, ne? Also dann ist das schon der Hier liegt noch einer, hier liegt Jens Hier liegt Jens Jensi Ja, den Jensi, den hab ich grad schon So, soll ich aufmachen, oder was? Hier ist nur noch 381 Stay Ja, aber ey, dann ist das doch zerfällt Dann ist da kein HQ mehr drin Und wenn die das jetzt anfangen kaputt zu machen, dann müssen wir den auffüllen für 12 Stunden Dann weg, dann lass das unten zum Mining Outpost Das ist da, ich kenne eine dicke Base da unten noch Mhm Ich hab so behauptet, dass das bei einem jetzt von euch knallt Was ein Geier, Alter, ne? Sack, Alter Bei mir hat sie auch geknallt Aber wisst du was, äh, S11, S12, das ist da oben bei uns am Water Treatment Das sind diese, äh, beiden Oh, hier ist ein Ding, na dann Konnt ihr gar nicht vor, das ist crazy Ey, da ist doch ne kleine Hütte, Jungs Metal Sheet Aber das sieht aus wie ein Shop, glaub ich Das ist, glaub ich, ein Shop, ja Darf man auch raiden Ist nur ein bisschen ehrenlos Ja, letzten zwei Tage auf dem Server, scheiß auf Ehre Was gibt's denn hier? Mit eurer Augen Feuerwerk, alles ausverkauft Kann ich auch erstellen Ja, hier ist nix drin Ja, Scrap, Alter Können wir Robin Hood spielen Ich glaub irgendwo zwischen den beiden Irgendwann 19 und so Ich glaub da ist auch noch ne Place Und da war ein letztes Mal Da wurde ich von so'n Lost Leuten auf jeden Fall überholt Ja, wir gehen da jetzt rein, auch wenn das Lost ist Scheißegal, der letzte Tag hier heute Morgen noch mal unten Scheiß mal auf Lost Echt? Sind die schniesend Ich schick hier direkt von oben ne Rakete da rein Guck mal hier, steht da schon ein bisschen eine Holzfläche Was ist das denn, kleines, schnuckliges Die Tür ist schon mal falsch rum Hat keiner einen Flammenwerfer dabei? Ne Aber pass mal auf, Alter Wir raiden den jetzt Ihr sprengt die Seitentüre auf Oder von oben irgendwie das Dach, wenn da was drin sein sollte Und ich werd mal kurz Kann man hier nicht unter und von unten den Boden kaputt machen? Ja Das geht Aber so'n Dings hält nicht viel aus, ne? Ne Der erste ist auch schon durch Hahahaha 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 Ja, der hat aber nur noch Half-Life 237 Ne, der bringt nichts Hör auf, hör auf Ja, nicht wirklich Achtung, beiseite Ich schmeiß mal ne kleine dagegen Ich hab ja noch so'ne Beancan-Dings sonst Das ist schon hart ehrenlos, ne? Keiner war gucken, ob der überhaupt was drin ist, oder? Guck mal Jungs Also oben ist schon mal gar nix Perfekt Nix passiert Konntest du wieder aufheben? Hahahaha Oh, ja Ah, eine kleine Brauch Ich hab ja noch ne Beancan Oh, die war zu weit Hahahaha Hahahaha Ey Jungs, da ist ein Steinbeil in dem Berg drin, ne? Aber ich glaub, die zerfällt, glaub ich Ohne kleine, oder? Ja, müsste eigentlich reichen Holz müsste zwei oder vier kleine, glaub ich, sein Ich glaub, das Ding zerfällt Sag mal 31 Ähm, ballert mal hier irgendwie gegen jetzt, hör auf Warte, ich hau da jetzt noch 30 mal gegen Ja, ich rechte, warte Da ist meine Spitzhack gleich im Grunde Acht Da ist meine Spitzhack gleich im Grunde Acht 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 So, und hier ist ne Tür Guck 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 mal da rein, oder? Viele Munitionsverschwendung, ey Aach, ja Ouch, der muss hier in die Flind ist, Jun Ich soll gerade gucke, wie viel der noch hat Jungs, was sagt ihr jetzt? Habt ihr mich komplett weggeballert? Ich hab doch auf die Tür geschossen. Ja, der war doch noch gar nicht wieder am Leben. Aber siehst du, die Tür ist doch kaputt. Ich hab auf ihn noch gar nicht... Der liegt doch unten. Dass das Sehen liegt da. Wir waren hier. Ich würd sagen, wir nehmen die Sachen mit und begehen uns in Richtung... Hat er irgendwas? Ja, hier guckt erstmal, dass ihr die Sachen von ihm noch mitkriegt. Ach guck mal, hier ist ein bisschen Sulfo und ein bisschen Schwefel drin. Ja, so kann man ja mitnehmen hier. Ich nehm auch sein Dings mit, sein Metal Sheets dafür. Oh, geil, Alter. Essen. Kann nix mehr tragen, aber das kann ich essen. Guck mal, mit dem Gaul angeritten. Die brauchen wir auch nicht mehr hier. Heute ist scheiß drauf. Also... Ich hab deinen Rocket Launch auf jeden Fall mitgenommen. Ja, ich hab hier auch... Hast du deine Klamotten und sowas alles... Ja, hier genau, immer einer, die... Bleibt einfach stehen, ich bin gleich da. Ist ja um die Ecke hier. Ich reiche jetzt schon los. Warte, geh mal da weg. Ich versuch mal mit den... Warte, warte. Oh, das ging schnell. Da oben ist nix, ne? Ich sag ich, hier oben sind noch ein paar Kisten. Oh. Aber die müssten wir auch erst aufmachen. Geht das auch. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gucken. Wir müssen erstmal ein bisschen draußen im Auge halten. Ich komm mal angeritten. Bleib einfach da, lass... Leiche könnt ihr auch... 169. Leiche... Leer. Ja. Nee. Ein bisschen Essen ist noch drin. Echt? Ach, da liegt die Tasche. Okay. Oh, geil. Essen, Alter. Warte, ich schmeiß mal die zwei Bohnendosengranaten da auf die Kiste. Oh, der war noch verbestimmt, ja. Oh, hier! Ist das? Ach nee, alles gut. Digga, da wird nix drin sein. Spar doch die Munition für was anderes. Oder ist da echt jetzt ein Schatz? War nicht viel drin, aber ein bisschen. So. Hier ist noch eine Steinbase. Da können wir... Ich mach mal einen Marker. Hier können wir auch keiner noch mal hin. Schlafsack. Aber nicht vergessen, ne? TC aufmachen. Gucken wie viel da drin ist. Ja, den müssen wir kaputt schießen. Und neun Stellen quasi. Mhm. Aber müssen wir. Ja, warte. Dann hau ich mal ein paar Explosivschuss da rein. Ne, ich hab mir nichts passiert. Ich komm angeritten. Keine Angst. Ich bin nass. Ja, dann packen wir erstmal das alles wieder rüber hier. Soll der Bienenkern da hinwerfen, oder was? Das müsste das eigentlich gewesen sein. Jo, danke dir. Entschuldigung. Nee, Bienenkern bringt mich. Ich schmeiß da mal ein C4 gegen. Du hättest ja da C4 auch behalten können. Kannst du auch gegen... Meist das ja, ist gut. Ich muss halt ja nicht... Das ist mir doch egal, Digga. Völlig bumpe eigentlich, oder? Deshalb... Kannst du mal ein bisschen was abgeben hier C4, oder? Kannst du auch. Schmeiß einfach mal gegen. Ich mein, klar, wenn man erwischt wird. Aber ansonsten... Nimm einfach mal... Schmeiß mal gegen immer. Weil das Ding ist die Kisten und so, das ist kaputt. Guck mal, hier unten sind auch noch drei Kisten, ne? Warte, ich trink schon der Rad. Warte, ich bin ja gerade ganz sackig ange... Hat jemand zufällig noch was zu futtern dabei hier? Ja, hier. Kannst du den Kartoffeln haben. Ja, danke. Warte, ich schmeiße so ne Dings rein. Ja. Ja, perfekt, Jungs. Dann bin ich wieder da. Was denn? Ich hab gehört, dass da irgendwie nix existiert ist. Was ist denn? Na... Die beiden haben ein bisschen mehr wie die Hälfte. Ja, ja. Machen wir zwei direkt. Wie das aussieht, wenn man die... Boah, Alter. Ich hab mir fast selber in Luft gejagt. Nimm mal ein bisschen fett mit. Oh, ne Jacke, Alter. Munition. Nagelpastole und zehn Schuss. Hat jemand Bandagen? Hat er hier vielleicht irgendwie noch was? Hier waren noch 36 Billum. Einen Bogen, Alter. Nehm ich jetzt mit. Warte mal, warte mal. Und fucken, warte mal, was mit euch gleich passiert. What? Und? Nein, äh, wie mit euch. Was erzählst du denn da? Hat irgendwie nachher jemand eine Spritze oder sonst irgendwas? Oh, so dunkel. Naja, hier sind noch zwei Spritzen. Ja, hier hab ich noch... ich hab noch zwei Spritzen. Hier ist Verband. Hier ist Verband. Wo bist du da liegen? Oh, war der Ding hier irgendwo mitten drin? Ne, ich hab die, ich hab die. Warte. Hab den. Hier schon mal eine. Noch immer eine. Hier ist die andere. Hier waren auch noch mal Verbände. Aber wie gesagt, TC müsste mal aufmachen. Wir können jetzt... Hey, ist einer draußen von euch? Ich? Okay. Kommt, ich hab noch eine andere Base gefunden da oben. Ja, wir müssen die aber aufhören auf zwölf Stunden. Zwölf... Meinst du, dass der hier noch da ist? Haben wir das hier? Ja, doch, der ist noch. Liegt der hier, ne? Mhm. Ja. Ist der schon offen? Ne. Soll ich da dranhängen, ne? Ja, schmeiß mal... Und C4 zerfetzt das Ding auf jeden Fall. Warte mal, ich hab nur noch so eine Dose hier. Pass auf. Das Problem ist, C4 könnte doch die Werkbank wegsprengen, ne? Und das wahrscheinlich auch. 62 von 100. Und Edi, der ist auch tot, stimmt! Oh nein. Ich hab'n Messer, ich nehm' sein Skype, Alter, warte. Guck mal, jetzt hab ich seine Doppelläufer mitgenommen. Oh nein, jetzt wollen wir uns, das zieh'n ich mir auch so. Jetzt haben wir ihn komplett die Ehre genommen, wir haben ihn weggesprengt. So. Menschenfleisch weg, Knochen weg. Meine hab' ich noch eine Dose. Wie viel hat das Ding noch? 62 von 100, ja, schmeiß mal gegen. 54 von 100. Ich mach's halt mit der Billo-Munition, warte. Mit seiner eigenen scheiß Waffe. Ja. Ah, 37 noch. 21. 22. Wie überzeugt Lust ist, ne? Das ist voll herrlich. Ja, Mann. Boah, guck mal, was da noch drin war. Alter, das war noch versprochen. Ja, dann... Hier, nimm mal einer. Geht mal. Mach mal'n TC. Baut mal schnell einer TC, bevor die Sachen, die spawnen. Ich kann nix mehr aufheben gerade. Warte mal erst mal seinen Dings. Einfach ein Stack Holz TC setzen, hier irgendwo hinsetzen, der bleibt offen. Oder kommt ein Billo-Schloss drauf, Alter, keine Ahnung. Stein brauchen wir nicht, oder? Aber den Treibstoff nehmen wir nochmal mit. Ne, den müssen wir... Ne, wir müssen ja... Zwölf Stunden müssen wir da reinpacken. Ja, kann ich ja gleich machen. Ich hab jetzt... Ich kann den Bogen auch gleich wegschneiden. Lass uns doch mal den Spaß erlauben gleich. Wir gehen gleich S11, S12. Wenn wir die Stein-Base nochmal mitgenommen haben hier. Und schießen einfach mal aus ner Entfernung Raketen auf die Base von Lost. Einfach mal was wild machen, die Jungs. Wenn die sich so siegessicher fühlen, ey. Dann ballern wir mal nach der Raketen rein, Alter. Hier, die sind mit 16 Mann oder so. Ja, dann sollen sie kommen. Der Lost Nico hat seine Base bei J8 am Banditenlager. Sollen sie doch kommen, die letzten acht. Zwölf Stunden, Alter. Heißt, der kriegt auch von mir wirklich nur... Zwölf... Dann brauchen wir doch ein bisschen Stein hier. Ah, kriegt der 13. Nee, kriegt er nicht, Alter. Ich nehm mir einen wieder mit. Er kriegt nur noch... 12 Stunden, 6 Minuten. Genau, wieder. Ich hab den... Nee, den Rest... Ich will ja nicht alles mitschleppen jetzt hier. Achso, ja, nee, das ist okay. Ich hab jetzt noch 3000 Holz. Ja, schmeiß da rein. Oder nimm mal 1000 mit für ein Reserve TC, wenn wir irgendwo nochmal was stellen müssen. 1000 hab ich noch im Inventor. Okay, kommt mit. Ich hab ne Base gefunden, Jungs. Auf dem Weg hierher. Komm mit. Das war so richtig... Das war so richtig ehrenlos, ne? Da kann man nicht stolz drauf sein. Vor allem noch einen beim TC mit der eigenen Waffe weggesprengt und noch vor seinem TC durch die Bohnengranate weggesprengt, Alter. Er hat sich quasi selber geradet. Das war von Bohnen mit der Bohnengranate, ey. Besser geht's gar nicht. Das ist doch einfach meine... Das ist meine Geschichte einfach. Oh, da ist Licht, da ist Licht. Licht, 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 Licht. Licht ist aus. Ja, aber das ist ein Fahrzeug, Alter. Das ist ein NPC, würd ich sagen. Da ist er wieder. Ne, ist kein NPC. Sicher? Ist ein Spieler? Ja, ist ein Spieler sicher. Verbindet sich gerade ober vom Stein. Lampe wieder an. Jump da. Jo. Und noch eine Lampe. Das ist die Steinbase, die ich gerade hinwollte. Guck mal, die wollen die jetzt raiden bestimmt. Digga, baller eine Rakete. Lass mich auf Hügel gehen. Schleichen, schleichen. Ja, ja. Wenn die jetzt die Base raiden, dann können wir direkt counter raiden. Können wir direkt abknallen. Digga, wenn du jetzt hingehst, ne, und... Da leuchtet einer. Passt auch nicht zu nah. Der kommt. Kommt, der kommt. Ich geh in Deckung. Ich geh weiter nach hinten. Ich bin hinter so einer Palme. Base raiden wir jetzt auch gleich. Das war die, die ich wollte. Vielleicht... Da ist wieder Licht. Da ist er wieder. Digga, wenn du eine Rakete da drauf feuerst, Alter, ne, kann ich ihn abknallen. Soll ich machen? Was ich mach? Der steht oben. Ja, mach! Der hat noch nicht angefangen zu raiden, oder? Aber wir, dann... Ja, egal ob die die raiden wollen, oder... Aber was ist, wenn da nix drin ist? Okay. Warte. Warte, warte. Was macht er? Ja, mach. Drei. Er leuchtet sogar noch. Perfekt. Drei. Zwei. Eins. Und... Go! Habt ihr ihn? Er liegt da noch. Er liegt aber noch. Er liegt noch. Boah, das ist so arsitzig. Ne, we raiden die Base jetzt. We raiden die Base jetzt. Was? Der lebt noch. Bastard ey. Wir raiden den jetzt richtig. Die Base sieht raidbar aus. Aber es... Wo ist dein Maid? Warum hast du mich jetzt getötet? Wir raiden dich jetzt. Ich rief mir auf. Ich... Das ist nicht mal meine Base, Bruder. Wie jetzt? Ja. Das ist nicht meine Base. Pass auf, ich geb dir deine... Ich rief mir auf. Bin dabei. Ja. Ich geb dir deine AK gleich wieder. Warte. Wie das nicht deine Base? Du wolltest sie auch raiden. Hallo? Er holt Verstärkung Jungs. Er holt Verstärkung. Oh. Jetzt ist er hier reingehüpft. Ja, wir raiden die Base jetzt, Alter. Sonst ist das... Sonst ist das klar weiß. Ich hab'n C4 von dem. Der ist hier rein. Oh, der hat 3000 Sulfur dabei. Ja, siehste. Ja, nice. Das ist ja nicht. Ich hab' seine AK ne? Die Base aber hallo ich jetzt, ne? Ja. Der ist hier einfach rein, kid! Das ist nicht gut, ey! Ich hab' gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur ein Bier getrunken. Den raiden wir. Wo ist die Türe? Halt, Stopp! Ich hab' gar nichts gemacht. Ja, ja. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür, komm. Ich hab' gar nichts gemacht. Ich hab'… Meine Seite! Schindluder. Fanfiction, haut ab, ihr Scharlatane. Ist gleich gestorben. Vorsicht, Vorsicht, ich habe eins von dem. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich habe eins von ihm gegengeschmissen, das habe ich von ihm. Von ihm? Ja. Gib mir mal einen Schlafsack wegen Luder. Das wollte der. Ich habe noch einen Schlafsack dabei, den lege ich mal hier hinten. Vorsichtig. Oh fuck. Ja, hier ist was. Wo dann? Das ist zu, die Schlösser. Wie kriegen wir die auf? Kaputt machen. Alter, was ist das denn hier? 7114, komm hier. Ey, wenn das der Türcode ist. Nein, warte, stopp, stopp. 7114, wenn das der Code ist, glaube ich nicht. Hier sind mehrere, Alter. Hier sind 0460, 3043, 0800. Sag mal einen Code. 3043. 3043. 2374. Ja, das ist doch Fake, man. Hier oben ist noch eine Türe, ne? 1-2-4. Ja, schmeiß ne Granate vor. Ich hab nix mehr. Müssen wir die Türen auf... Müssen wir die Türen hier, die Türen auf... Mrustafa und Blauweil liegen hier unter. Alter, die hab ich ja gar nicht gesehen. Äh, really? Die liegen Löffelchen, die Wichser. Die liegen Löffelchen, die Wichser. Warte mal, soll ich mal so ne... Ding, so ne Granate rein? Messer sind immer gut, Alter. Missgeburten liegen Löffelchen. Ja, weiß ich nicht. Da wären zwei Köpfe, ne? Ganz ehrlich. Ich hör jemanden rennen... Ich bin in die Falle geraten. Draußen, am Gras? Ja. Okay. Ja, ich schmeiß die Vierer, Alter. Pass ein bisschen auf die Tür auf. Achtung! Es wird hell. Oh Gott, wo ist die? Digga, wo ist die denn hingegangen? Hier ist ja alles in die Luft geflogen. Ich hab beide gekillt aus Versehen. Geil, Skalb. Was ist mit der hier oben? Achso, die ist schon auf der Bläder. Perfekt. So. Moment, ich hol mir die Köpfe. Ich hab das TC auch in die Luft gespenkt, da. Oh. Na, guck mal, was da drin war. Da ist das Skalb von denen. Oh, hier oben ist ja schon was kaputt gewesen. Ja, wir müssen aber neuen TC hinstellen, ne? Er hat jemand noch was dabei gehabt für den Rest TC? Dann stellen wir das von denen einfach rein. Ja, Holz. Einfach. Ja, genau. Nehmen wir das von denen, was hier liegt, und schmeißen das da rein. Ich hab auf jeden Fall denen ihre Köpfe. Alter! Guck doch mal, was da drin ist! Roheisen! Jungs! 1745 Roheisen ist hier nur drin. Mhm. Ich kann leider nichts. Da war, glaub ich, noch was. Ich hab schon tausend Stück drin. Ähm. Ich hab mir noch was mitgenommen. Können wir so einen TC hinstellen. Die Velo-Munition hat mich jetzt hier Stacks mitgenommen. Ja, dann wir müssen auf jeden Fall TC hinstellen. Oben ist nix mehr? Mach mal. Ich springe da oben. Ja, ich mach die oben nochmal auf die Tür. Ja, ich mach die oben nochmal auf die Tür. Okay, mach mal auf. Ich bau mal eben TC, ne? Warte mal, die haben auch ein Telefon. Sollen wir einen anrufen? Nee, ich hab's nicht ganz froh mehr. Ist hier noch, verdammt. Hier ist noch ein bisschen Hölzer in der Welt. Stopp! Metal-Frags sind besser wie Stoff, ne? Achtung, Lichter! Oh mein, ja. Das haben wir auch noch. Oh, ist kaputt. Oh! Hallo? Reret! Reret! Einer! Kai, ist mein Loot noch da? Ja, ist dasselbe wieder. Hast du dich grad umgebracht oder bist du zufällig da reingehüpft? Nee, ich hab nix gesehen und ich wusste nicht, dass der Spikes eine Tür aber hier schon genommen. Ja, hier wie gesagt, die Sache, deine AK kannst du wieder haben, ist kein Thema. Ich muss nur mal eben hier einen TC stellen. Komm mal runter, dass der mich nicht abknallt. Ja. Ich komm halt grad nicht zu mir lootigen wie Spikes. Ja, der hat nix noch ne Tür. Ey, der TC steht, hier kann mal eben einer mit auffüllen. Bevor die Sachen... Vorne ganze Stein... Ich kann da grad nix... Komm, da packen wir mal rein, das nehmen wir gleich wieder mit. Hier liegt Stein und so. Und hatten die was? Naja... Komm rein gucken, Alter, wir knallen dich nicht ab. Du kannst deine AK auch wieder haben, wie gesagt, ne? Oh, einen Tag hält das jetzt hier. Habt ihr den Schwefler? Den Schwefler haben wir leider nicht, ne? Ich hab 28 Schwefler mit dem Metall. Ich hab 2000, aber das riecht doch nicht wieder. Hallo? Bist du schon drin? Hallo? Hm, 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 hm. Was will denn Jackhammer hier? Ja, also wie gesagt, wir knallen dich jetzt... Ja, den Kühlschrank können wir lassen, Alter. Scheiß drauf. Aber die Kiste wird mich ja schon hart interessieren noch, ne? Habt ihr meine Schwefler noch? Habt ihr meine Schwefler noch? Nee, sorry. Nee, sorry. Aber du kannst Metal-Frakes haben, wenn du willst. 2K. Habt ihr das verkraftet oder was, das Schwefel? Schwefel ist schon Schwefel. Ja, den Gumpau hat tatsächlich mittlerweile, ja. Hier, du kannst aber hier erstmal deinen AK. Und dann kriegst du 2K Metal-Frakes. Ach, der hat sich übern Haufen ballert jetzt, ja. Kann ich doch durchschauen, was die haben, oder? Ja, sieh, renn mal durch. Hier überall, was nur liegt, Alter, nimm mit. Da gibt's sogar noch nen Jackhammer, dann kann man auffüllen. Warte, diese eine C4 habt ihr auch noch oder habt ihr das verwendet? Das verwendet. Das ist tatsächlich für die Eingangstüre draufgegangen. Ich glaube, da werden die Tür drauf gesprengt. Ah, nee. Sind Traps... Safe on Traps, oder was? Hier ist nur ne Tür, aber da geht auf Dach, Alter, glaub ich. Ja, komm, das reicht. Weg hier. Ja, ich glaub, das lohnt sich. Das ist noch ne Etage. Ist doch nicht das Dach. Warte, bis er die Tür aufgegeben hat, bis ich traue. Ich glaub, dass du nicht rumbringst. Das ist das Dach. Das ist das Dach da oben. Guck doch mal. Ja, außen. Ich steh grad draußen. Das kann nur... Ey, die Tür, ey, die gleich außen, Alter. Oder? Kann er sich gönnen. Ich hab den Scrap, glaub ich, noch gekriegt. Vielleicht war er auch schneller. Komm, lass abfahren. Wie viel Spaß noch. Und... Sorry nochmal. So, ich krieg's doch noch nicht wieder, ey. Wie bescheuert er. Wer war Trust in Rust, Alter? Haben wir schnell den Gartfall oder umgewandelt? Ey, warte, 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 warte. Stopp, Alter. Stopp, stopp. Gib mir mal in der Deckung. Warum haben wir vergessen? Zeig ich dir, was wir vergessen haben. Sein Kopf. So. Alter, warum geht denn... Alter, chillt, was er an der Eingangsbewegung... Was er eingeschrieben hat. Wir haben nichts. Ne, jetzt nicht mehr. Korrekt. Hab ich. So, Alter, wo bist du? Hier oben. Ich hab... Kannst du das hier noch stacken? Und das hier? Baby. Baby. Vier Köpfe, ne? Alle auf ehrenlose Weise, Alter. Und ein Selbstmord. Nein, alle auf Unfälle. Alle auf Unfälle in einer ehrenlosen Situation, aber. Ja, passiert. Ja. Aber sollen wir uns mal ein bisschen... Ja, zeig mal. Oh, schön. Oh, guck mal, daneben ist ein Stern, Alter. Ein schöner Raid-Turm. Ja, das ist schon schöner. Das nimm mal. Wir haben ja auch die vier Raketen noch, ne? Mhm. Ja, mittlerweile haben wir nur noch drei. Eine hab ich ja eben gerade auf das Gebäude geschossen, damit wir den Raider öffnen konnten. Stimmt. Das ist für ihn gleich wegholz. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen, was da drin ist? Also, da sind ganz viele Tore. Zum Reingehen, aber das... Das ist offen. Da ist eine Türe, die ist offen. Simpel, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Bei dem Shopding. Oh, guck mal hier. Hier, der ganze Ofen ist voll mit Metal-Oar. Ja, mitnehmen, oder? Ja, Metal-Oar brauchen wir nicht, oder? Die Tür ist sogar grün. Die haben die Tür geöffnet hier. Ja, vielleicht hast du das selber verlassen. TC ist grün. Ja. Da ist eine doppelläufige Schrotflinte drin. Wie sieht das hier wohl erledigt? Da ist er rausgegangen und andere Rüge. Ja, die Kiste sind restlos leer, ey. Ja, aber bevor wir gar nichts mehr... Also, bevor das da drin bleibt, Alter, weißt du, ich mein... Denk ich mir lieber... Nehmen wir mit. Wir können das ja immer noch eintauschen gegen irgendwas, was wir dann da lassen. Später. Ich weiß nicht, was das hier noch für ein Tom hier ist, ey. Ja, das Fernglas lassen wir auch mal weg. Ähm... Kann jemand Verbände noch nehmen? Braucht die jemand? Ich hab auch gerade noch hier aufgehoben. Dann schmeiß ich die weg. Ich hab so viel Taschenlampe schmeißen, auch weg. Ey, hier sind nur noch... Kannst du auch wegschmeißen. Da sind jetzt nur noch 400 Dings drin, ne? Meinst du dann mit... Oh, äh... Das Dings, oder was? Das Metall... Erz? Ja, das hab ich jetzt hier mitgenommen aus dem einen. Ja, ich hab hier... Den einen hab ich auch. Ich hab äh... 8K Metall das mitgenommen. 9. 9K Metall dabei. Und vier Köpfe. Was ist hier mit dem Turm hier? Sollen wir uns den Matsch sniggeln? Was weiß ich. Der ist ja noch... Das ist von der gleichen Base, würde ich sagen, der Raid Turm, oder? Der sieht noch nicht. Das Ding ist... Wie... Wie lange ist der TC denn noch haltbar? Kann man hier nicht einfach hier mal den Holzboden wegschießen? Da kommen trotzdem nicht rein. Aber die fehlten direkt schon. Man könnte oben die Fensterrahmen wegsprengen und einfach mit Leitern hoch, ja. Holzfensterrahmen. Wenn wir da oben drin sind, könnten wir vielleicht sogar da in die Fenster reingucken und gucken, ob da vielleicht noch was drin ist. Ich würde gerade sagen, musst du eigentlich noch mal den Leiter heranstellen und mal gucken, was dran ist. Da ist aber noch eine Tür zwischen. Also wenn wir da oben hochgehen. Steinwand und Tür. Warum kann der die nicht setzen, Alter? Kannst du die noch nicht an das Fenster unten setzen? Die müsste rechts, glaube ich, hochgehen. Da ist es offen, oder? Nee, geht immer noch rum. Ich weiß es nicht. Digga, das ist die perfekte Position. Warum geht das nicht? Wegen dem Schild vielleicht? Das Schild ist im Weg vielleicht, ja. Schieß das Schild mal weg. Nö. Scheiß, 155 noch. Kommst du da nicht lang, Alter. Warte mal, aber an die Seite vielleicht. Aber das ist denn hier hinten, kann man auch hoch. Ah, guck mal. Ah, das Schniesen. So. Und? Was siehst du? Metalltü, ne? Nix dolle. Warte mal. Ich kann von hier oben nicht schießen, Alter. Nö. Hab ich auch noch nie probiert gehabt. Hm. Warte mal. Stehst du jetzt auf mir drauf? Was ist denn so runter? Er drückt mich einfach runter. Er drückt mich einfach runter. Scheiß, Alter. Das geht grad. Das geht hier nicht. Ohne ist nur eine Patrone. Brauchst du nicht aufheben. Das war für die eine Patrone. Explosiv-Munition. Was? Ich geh nicht an den Parkour und läuft er da oben. Ich krieg die Leiter da oben aber nicht fix, ne? Können wir den einen Holzboden da nicht wegschießen? Wo? Wie über die einfach. Das ist los. Ey, die Base ist komplett geradet, ne? Okay. Meint ihr hier drin ist noch was? Kann auch eine neue suchen, die noch komplett zu ist, einfach. Ja, weil wir haben jetzt schon drei Leitern weniger halt, ne? Leider. Ja. Kannst du die mitnehmen mit dem Hammer noch, oder? Ne, weil wir nicht am TC autorisiert sind. Also ich hab noch fünf Leitern sonst. Ah, siehste. Dann komm. Hm. Hm. Wollen wir uns mal hier rechts lang? Links gehen wir zurück, ne? Ja, stimmt. Wir können uns hier rechts, schon rechts. Oder ihr kommt einmal kurz zur Straße. Ja, und dann können wir auch einmal ein bisschen Gas geben. Weil der ist irgendwie voll beladen. Wen meint der Covid-Typ, Alter? Das ist doch der Typ, den wir gerade eben auch gesehen hatten, oder nicht? Das ist der in der ersten Welt, wo wir als erstes sind wollen. Ja, ja, genau. Meinen, die reden über uns? Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube auch nicht, was die uns meinen. Ich glaube ja auch nicht. Ach guck mal hier. Ey, das stimmt. Oh. Da hinten läuft er. Auf 250. Mhm. Die Raiden auf jeden Fall da oben. Da oben auch noch mehr auf 255. In weiß. Na, die Raiden. Wir könnten hin, wir könnten hingehen und gucken mit Schallis, denen ihre Schalldämpfer kaputt machen. Oh Pferd, ey. Da hinten, ja. Pass auf, nicht zu nah an die Straße gehen, oder... Ne, Gustavo, du bist das. Wir sollten die Straße nicht überquerten. Ansonsten... Lass mal nach Fusselchen gehen und echt die Sachen wegbringen. Dann können wir die versuchen counterraiden. Ja. Ne, LR. Ne, LR. Ja, geil. Ja, hier liegt ein Rucksack. Krass, was die... Ein Lack hat immer, ne? Guck mal, hier liegt ein Rucksack. Zack. Da war die LR drin. Krass. Hier, ihr könnt mein Pferd beladen. Die Köpfe sind wichtig, Mia, ne? Hat jemand noch ein Jackhammer? Blusen? Magst du mir die AK... Ach, die LR geben? Oder kriegst du die AK? Hm, ich weiß nicht. Ihr müsst auf die AK vorne den hier drauf machen. Ihr müsst die Mündungsbremse vorne drauf machen. Ansonsten ist die AK nicht spielbar. Mit der Mündungsbremse... Hier, da sind schon Flytern noch drin und ein TC, falls ihr... Oh. ...braucht. Komm, dann nehmen wir auch noch mal eben hier einfach die Dings mit. Die Metal Frags. Und ihre Counterraiden, komm mal. Ich hab auch noch ein bisschen Platz am Inventor. Ah, hier. Ah, ich hab 84 dabei. Komm, pack die Metal Frags. Das ist auch noch ein bisschen Platz. Hier sind noch mal 1000 Metal Frags. Denk dran, wir haben auch noch Aufgranaten. Nein. Acht Platz hab ich noch. Ich bin noch ein bisschen spät. Ich schmeiß jetzt meine Sachen einfach raus, die ich nicht mehr brauche. Die sind drin, ne? Würde ich sagen. Ich hör nämlich nichts mehr. Ja, die sind drin. Die sind drin. So, warte mal. Hier sind noch... Okay, wir machen mal. Gehen wir erst hier auf die andere Straßenseite schon, ne? Jetzt bin ich voll. Sollen wir schon mal rüber gehen? Andere Straßenseite erst. Wenn wir da vorne über die Straße überqueren, ist das scheiße. Da oben liegt... Ich seh einen, da oben crouchen, ne? Ja, hab ich auch gesehen. Die Füße noch. Auf 2,30 nach 2... Also soll ich das C4 lieber ein Fusselchen lassen, oder? Ich bin voll. Okay. Wir können ja, wenn du willst... Oder du tauchst irgendwas aus. Na, wenn wir alle C4 verlieren, wäre scheiße, ne? Wir könnten auch eine Taschenlampe oder den Anzug wegschmeißen, ne? Ja, dann tausch mal aus die C4. Und die Raketen auch. Die drei Raketen. Nimmst du was weiß ich, schmeiß da weg. Taschenlampe können weg. Dann bleiben wir erstmal mit Shully auf Undercover, oder was? Ich wollte gerade sagen, die... Ja, ich hab kein Shully mit, aber die scheinen auch schon drin zu sein, ne? Ich würde ja nichts wegknallen. Das geht, glaube ich, um die. Ey, kann das sein, dass die lost gerade raiden, dass er da ist? Jetzt schmeiß ich dann weg die Kartoffeln. Ja, genau. Ey, wo ist mein Pferd? Pferd, du bist voll beladen, du darfst mir nicht verloren gehen. So, jetzt wird geballert. Ja, die sind ja in der Base drin. Scheiße. Langsam, schleichen, schleichen. Die haben mit Sicherheit auch Speer. Ja, dann sehen sie mich jetzt weggreifen. Aber das sieht auch noch nicht von hier so aus, als wären die drin. Da, ich sehe jemanden oben am Fenster, genau auf 2,10. Das, was hinter dem Baum ist. Eli? Eli, da ist einer draußen. Ja, genau. Da ist einer draußen, habt ihr gesehen. 2. Oben ist einer am Fenster. Mhm. Da, die gucken, ob gecountert wird. Siehst du, der in Weiß? Ja. Kein Platz, irgendetwas abzulegen. Da kommt ein Hotel. Digga, ich glaube, da ist der Benji dabei, Alter. Von der blauen Rüstung her, würde ich sagen, das ist der Benji. Und in ganz blauen, komischen Klamotten. Da hinten ist einer. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht sehen, ne? Und dass der Heli jetzt nicht auf uns schießt. Oder in unsere Richtung. Der hat schon Bock, den mal aus dem Fenster rein zu jagen, Alter. Ja, da oben in den blauen, ne? Mhm. Sind das Fenster oder sind das Holzrahmen? Holzrahmen. Metallrahmen. Ne, Fenster. Hier liegt ein Heli hinten drauf auf dem Hügel. Wo? Hier. Digger, ich... Ah, wir haben Dings... Ich hab Dings das Benzin mitgegeben. Wie viel ist denn da drin? Hast du geguckt? Ey? 499. Komm, lass abhauen. Wir bringen den eben zu Dings, dem Base. Ich bring den zu Base, ja? Ja. Jetzt so Patsch. Ja, die fliegen demnächst nur noch rumgucken, wo der Heli steht. Den packen wir jetzt in die Garage, der geht rein. Ich lande jetzt so von hinten. Das Ding ist, ich frage mich immer bei der Waffe, ob man direkt aus dem Kreuz ziehen muss, wo es bleiben würde. Geht's ja. Geht's ja. Dann kannst du das nicht. Alter, aber macht der Scheiß hier dir nicht. Ich will den rückwärts fahren. Warum geht der nicht wegen dem Hügel oder was? Boah, ich kann kotzen. Kannst du machen, ey, mach. Fuck, Alter. Sollen sie verlieren. Schade, ich wissen das sowieso nicht, wo das geht. Ah, ich hab auch so'n Triggerfinger gerade. So'n Triggerfinger? Oh, ich drück jetzt mal ab hier. Jetzt ist er weg. Ich muss den Spaß haben. Digga, was ist denn mit diesem räudigen Heli? So. Triggerfinger. Da ist er. Okay. Oh, weggeschossen. Du hast ihn getroffen, Zimbel. Du hast ihn getroffen. Jetzt greift an, Alter. Wir sind voll weit weg. Wir sind immer noch hier auf dem Steigen, wo der Heli stand. Dann feuert einfach weiter, dass die Sehner angegriffen wird. Ansonsten. Jetzt ist keiner mehr zu sehen. Ja, jetzt ist er auf dem Fenster weggegangen. Ich hab nur das Blutspritzen sehen. Ey, geil. Jetzt haben die jetzt immer gewarnt, ey. Jetzt ist hier Rambazamba gleich schließen. Sie zu, komm zurück, Mann. Ich bin schon noch im Rückblick. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ja, ihr habt dann Blutfetzen sehen. Er hat gespratzt. Aber sicher, dass man raufziehen kann direkt? Aber ihr habt ja auch noch Rappen. Ja, ich hab ne Bolt. Du hast ne SR mit der ist noch weniger Reichweite. Aber ich hab auch auf den Kopf gezielt und der hat ihn irgendwo ne Brust getroffen. Also ein bisschen drüber müsste ich auch schon zielen. Aber sind die nur zu zweit oder was? Jetzt hat er schon so einen zweiten am Fenster eingekriegt. Mal gucken, ob alle guten Dinge drei sind. Ich guck, dass ich von hinten ein bisschen komme, ne. Ich bin jetzt hier schon bei den, äh, also ich sehe da, wo der Heli gerade mitgenommen wurde. Oben Fenster wieder. Heli? Ah, rechte Seite. Ja, Heli von rechts. Das ist der Transport-Heli, alles cool. Ja. Hit. Hast du ihn wieder gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Ich hab ihn gehettet. Drei Leute sind da drinnen. Okay. Zwei in Weiß, einer in Blau. Drei geschossen? Ja, ja. Ich schieße zurück. Die haben's gesehen. Oh. Hitter, tot. Du tot? Ja, Mann. Oh, was? L96. Oh Scheiße. Oh, da liegt der. Läuft ja gar nicht. Mausetot. Alter Falter. Direkt Mausetot. Okay, scheiße. Ich nehm deine Waffe mit, wir hauen ab. Sicher? Ja, oder wir bleiben halt. Ich mein, wenn die uns jetzt rushen. Ne, die hängen immer noch am Fenster oben. Und das Dings mit meiner Kniffe kommen wir nicht weit. Ja, ja. Die sind oben noch, Fenster. Ich guck, ich komm jetzt gerade von... Da ist der eine. Der eine rushed. Der eine rushed. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen am Kaiser. Hit. Aber mit Sniper. Und zwar von einer ekligen Stelle. Der kann mich nicht gesehen haben. Ich lass mich ein bisschen weiter zurückfallen. Ja. Pass auf, das ist der, äh... Mit den Dings, ne? Das ist der mit der LR. 100%, äh mit der L96. Mhm. Digga, der ist hier hingerushed, Alter. Ich verzieh mich auch ein Stück zurück. Ja. Haben da drei Spritzen hier und Verbände. Wo seid ihr denn jetzt genau? Ich guck dadurch auf die... Ah, der andere Hügel ist ein bisschen weit, Alter. Das ist ja gerade meine LR, ey. What? Oh, der Part hat auf mich. Der ist bei mir, der ist bei mir. Ich brauch Hilfe. Ich höre ihn, ich höre ihn. Ich lauf grad weg. Ah ne, Kühlschränke war ausgegangen, ne? Fuck, Alter. Ich muss ja auch weg. Es sind zwei Leute, die rushen mit. Einer hat gute Hits gekriegt. Wie schlecht seid ihr, bitte? Ist das lost? Ey, jetzt... Oh, wir sind schon alle zusammen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall abhauen. Ja, ja, komm. Ich bin da. Lauf Haken und so, ne? Ja, ich glaub... Hier können wir eigentlich... Ey, hier können wir eigentlich gleich oben... Hier, lass hinter dem Hügel können wir pieken. Da haben wir nämlich die Flucht wieder vor uns. Ja. Oh, fuck. Hier ist ein NPC, Alter. Hier, hier haben wir die Flucht vor uns wieder. Wo bist du? Ich bin hier, Alter. Hinter diesem... Bisschen Hügel hinter so einem Stein. Warte, wo meinst du? Du meinst da. Okay, ich muss ein bisschen rumkommen. Noch höher. Alles klar. Ich hab auf jeden Fall ne Bowl noch mitgenommen. Weiß? Naja, das ist doch bestimmt meiner, die aus seinem verloren hab. Ich hab die LR mitgenommen von dir. Das ist gut. Hier, ich geh hier hoch den Hügel, ne? Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob da einer gestorben ist. Weil ich hab ihm zwei, drei Hits gegeben und dass er so einen Berg runter gesprungen hat. Das schon gereicht hat, dass er dann... Down war. Ja, jetzt sind wir schon sehr weit. Ich hab den Shully auch abgenommen, ne? Ja. Ja. Also wenn jetzt noch irgendwas ist. Ja, jetzt sind wir schon fast zu weit hinten, glaub ich. So weit kommen die gar nicht. Vielleicht von der Seite. Wer weiß. Digga, der hat ne L96 und der hat hundertprozentig mit so nem Gewehr auch nen... ...spritzgeilen Finger, alter, weißt du was ich mein? Ach ja. Zittrig. Ja, das bin ich hier. Komm den Berg hoch. Hm, ich bin hinter dir. Da ist er, ich seh ihn. Wo? Ich hab ihn getroffen. Zahl, Zahl, Zahl. Direkt oben aufm Hügel. Direkt oben aufm Hügel. Zahl. Äh, SW direkt. Direkt auf SW. Hinterm Berg. Da springt er gerade. Hier wird seine Bolt haben. Oh ja. Noch ein Hit, noch ein Hit. L96, Jungs. Was kommt da rein? Die hab ich gesehen, die hab ich gesehen. Die schießt da rein. Ähm, 5x6. 5x6, also. Ich weiß nicht, ob das der da hinten ist. Oh. Oh. Das war natürlich richtig schlau, alter. 2x gehitnt hab ich gesehen. 2x gehitnt hab ich gesehen. Welche Richtung war die? Richtung SW Symbol hier, deine LR Achso, ich hab hier noch den anderen Kram Wollen wir mal wieder ein bisschen ran pushen, oder? Meint ihr? Sonst gehe ich schlafen Ist halt schwer zu sagen, wo die jetzt kommen Ja, besaugt der mal Penn, ey Ne, wie gesagt, er hier mit dem Chat, sonst gehe ich schlafen Warte mal Äh, 195 habe ich glaube ich gerade jemand gesehen auf dem Hügel hinter dieser großen Tanne Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil der Schlafen Geh Eier 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 Da steht ne kleine Metallbase, ne? Das könnte ein Tresor sein. Metal Sheet. Auch 230. 1C4 hab ich noch mit. Ja, da kommen wir nicht. Da brauchen wir Minimum 4. Vielleicht sogar 5. Tja, gehen wir da jetzt nochmal rauf auf die Jungs, oder? Ja, da müssen wir von der anderen Seite kommen. Ey, was ist denn, wenn wir in den Leuchtturm gehen? Haben wir die oben vom Leuchtturm aus der Sicht? Könnte sein, ja. Sonst können wir uns da rum... Da ist auch noch eine Metallbase, ne? Mit Stein. Ja. Ein paar Stellen. Das ist ja der andere Duty, oder nicht? Da liegt einer, ne? Da liegt jemand. Nackt. Das glaube ich aber schon kaputt, dann nehmen wir den Kopf mit. Ne, 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 ne. Wir gehen, wir können ja in den Leuchtturm gucken, ob wir die nochmal... Mhm. Das ist doch hier diese Base, mit dem Covid, wo wir gefunden waren. Ja, stimmt. Da vorne liegt ja halt ein nackter, alter. Wir nehmen den Kopf noch mit. Ich bekomme mehr Schaden. durch fallschaden als durch euch ich würde gerne wissen wo die ihre base haben einfach mitraiden sieht man die base von hier die ist auch glaube ich erst hinter dem hügel die ist erst da hinten Richtung 170 Alter was ist das denn hier das ist diese fette base ne 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 lass mal abhauen Alter das verlieren wir 100% ich kommen die von da da sehe ich aber einen pen da sehe ich einen schlafen ich bin gerade zu neugierig ohne Schally Alter Zimbel das verrät doch voll Tja ich hab dich nur schießen gehören wollt im inmachen Läuchte auf den Klippen Lass doch mal stehen Ach so Alter ist noch da hinten Raid ist vorbei Ey 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 da stand Raid ist vorbei wenn die geradet haben dann darfst du ihn jetzt nicht töten ne Raidchen jetzt kommen nämlich Der scoped aber auch hier in unsere Richtung die ganze Zeit also der sucht uns auch noch Ey dann schießt nur mit Schally ne Ich hab kein Schally gerade Richtung Süden genau oder was hast du gesagt Ah ich sehe ihn auch Ey hier schleicht einer Links ist der Linkste Links ist daneben der andere Ey Jungs ich hab noch nicht einmal Ja genau links daneben ist der andere Ah ich hab mich da rum ey Ich weiß nicht wo er mich anvisiert hat gerade ey Ja ich hatte grad Jo er hat auf mich geschossen Der hat auf mich geschossen Der hat auf mich geschossen Wo 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 Süden oder nicht Äh Weiß absolut nicht wo Alter Hab ihn getroffen Da Ich weiß aber nicht wo der Kollege ist ne Wie waren zu dritt nicht dass hier einer rushed Alter Oh der war close ey Der andere ist ein bisschen weiter links ne Der erwischt mich hier fast Geh Mann Geh Mann Gut eine kassiert ey Ich weiß nicht von wo Wo 63 Leben Scheiße ich brauch mal Ich weiß nicht mehr genau Alter wo der Ist von der Pose aus Da Oh mein Gott Treffer 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 Hast du Bandagen? Hat jemand Bandagen? Hast du Bandagen? Hast du Bandagen? Ja Hinter euch komm ich jetzt Ah da Danke dir Warte hier hast du auch noch eine Spritze Perfekt danke Okay Ich werd mal ein bisschen links lang laufen Und versuch die da mal so rum Ja dann komm einer mit lass sie links flankieren Ja genau ich komm links flankieren Ich blende die direkt das hatte ich auch gar nicht vor Der weiß Der mit dem weißen Anzug ist immer noch auf 200 Äh auf Süden Okay haltet die mal ein bisschen in den Schuss da Schießt mal ab und zu dass die wissen dass ihr noch da seid Wir flankieren die jetzt hier von links Dann werden wir die schönen aufmischen gleich da die auch Ich hab die nicht einmal gesehen ne Ähm Die laufen nach hinten weg Das hab ich einen gesehen schwarze Rüstung Aber der ist jetzt bei mir Ja bei mir ist er auch weggepackt Aber die sind cool alter aber anscheinend ne so Ist noch nix mit rum geholt Oh Okay Geil wie sich das anhört Vielleicht kriegen wir die von mir Ich frage ob äh Immer noch Action bei Lost Oh da ist scheiße da ist ein Da ist ein NPC Hier du musst zu mir kommen hier oben Das Ding ist es hier den anderen Typen nicht mehr Schließt mal ruhig weiter Na ja gut die habt ihr noch geschossen Achso warte mal ich laufe in eine falsche Richtung Bin ich blöde? Ach du willst die von da mehr flankieren? Okay okay ich checke Ich hab gedacht du willst wirklich hart links Können wir auch Wir können auch richtig hart links über die Straße noch rüber Ja Headshot hat er gekriegt Stark Covid ist am Raiden alter Auf jeden Fall müssen wir auch hinter uns gucken Weil hier wurde gerade gesagt dass hier noch Action ist Jetzt piekt er auch nicht mehr Jetzt müssen wir auch aufpassen alter von hier wo wir gerade sind ne Boah bist du weit vorne Wo ist der Typ bei der weißen Rüstung? Ja das war der den ich dem Heller gegeben hab So Warte muss mal gucken ihr seid von da nach da Das heißt die müssen in die Richtung sein irgendwo Ich bin gleich da Jungs wartet ey Ich bin hier eine schöne Runde gelaufen Ja du bist wirklich direkt straight da durch Ich hab voll die Orientierung verloren Ja Hade er den so weg Der war aber close mit einem Dings ne Die den es alle gemacht? Nee Da oben ist einer noch am Fenster Da oben ist noch einer am Fenster Ich guck da dich den jetzt gleich erwisch Durch die Blumen er sieht mich nicht Da unten sind beide Ja Die sind weiter runter gelaufen Da ist noch einer im blau hinten alter Aber es ist extrem weit Ich krieg den Ich muss einmal sehen Ich bin jetzt fast am Wasser Komplett hinter den gleich Digga alter wieso Wie soll ich denn hochziehen? Alles klar Ich spring hoch und erwisch mich genau in dem Moment Die müssen triggern einfach nur Die Kugeln scheinen aber eingeschlagen zu haben Er traut sich nämlich nicht mehr da lang Bist du tot oder das? Nein nein Ich bin nicht tot Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn nicht Das Ding ist Ich weiß nicht ob der andere bleibt Ich weiß gar nicht alter wie die Waffe alter Auf was für eine Distanz die geht Hurengewehr alter So ich könnte ihm jetzt von hier einen schönen Heller geben oder? Den im blauen Fenster Ja Warte Soll ich noch stehen Junge Welche cool HV ist da drinnen alter Aber es ist auch extrem weit alter Ich schieße ein Beispiel Er ist immer noch am Stein Ja das ist die Distanz Der bleibt ja nicht still stehen alter Muss auch näher herankommen Wo sind die anderen beiden denn? Die sind beim Wasser unten Einer ist unten in der Base noch drin Da sind zwei noch Okay Und der mit der weißen Dings Mit dem schieße ich die ganze Zeit hin und her Der ist hier unten am Stein Den am Fenster im blauen Hab ich grad noch mal nen Headshot reingedrückt oben Der ist aber der sich da verpisst okay Ja Die wissen jetzt aber auch dass ich von der Seite schieße hier glaube ich Ja ich hab ihn auch zwischendurch kurz im Visier Tot Er ist tot Jo hab ihn Blau ist tot Sehr schön Ich push ran Ich push ran Stop 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 Äh 205 200 Von meiner Position 190 geht Richtung Süden hoch Ich hab den verloren hinter Bäumen Dunkle Rüstung Das war es nicht du Aldo oder? Doch kann sein ja Ich bin gerade den Abhang Ist da was bei dir eingeschlagen Jetzt gehst du wieder runter? Warst du ein Stück hoch und jetzt wieder runter? Nein, nein, nein Ich bewege mich grad nicht Okay äh Ja jetzt hab ich ja auch den verloren Weil da ist so ein Baum im Weg Das könntest Ne das bist nicht du Digga Dann umkreist sich da einer Das ist nicht der Der kommt von deiner Rechten dann Wenn du zu uns guckst von deiner Rechten Muss der irgendwo kommen Ich hab ein 8er Scope drauf Das kann nicht so weit sein Was ist die denn mit der weißen Rüstung auch nicht mehr? Doch oben ist er aufm Berg Ist er oben Oben aufm Berg Zahlen? Äh von mir aus gesehen 190 Läuft er zur Base 2 Stück 2 Stück Ja Könnte nochmal wieder schießen Aber dann verrate ich mich Läuft wieder Richtung 190 Springt da rum Da ist einer noch rumgehüpft auf dem Stein vor der Base Ich hab mich fast verraten alter Er sucht Er sucht mit dem Sniper in meine Richtung Oh wow 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 Der war richtig close alter Ach du bist auch hier Der war richtig close alter Der ist der In meinem Scope hab ich den vorbeifliegen sehen Ok er weiß wo ich bin Ich guck dadurch noch ein Stückchen von rechts von dir kommen Gustavo Ich bin jetzt grad Höhe hinter dir Er weiß auf jeden Fall dass ich hier war Warum leckt das jetzt Oh Aber das war wieder die Bolt ne So ich bin jetzt auf jeden Fall hinter dir und guck so grob mit in deine Richtung Wenn du mir jetzt eine Zahl sagst dann äh Finde ich den auf jeden Fall eher Einen hab ich Einen hab ich Einen hab ich Einen hab ich down Das ist der der mich im Kreis hat Der ist grad an mir vorbei geklatscht Einen hab ich down Einer oben am Fenster Beide oben am Fenster Zwei Leute Der liegt hier tot Der spasst ey Da ist noch einer auf dem Hügel in Weiß In Weiß ist der auf dem Hügel auf 190 gewesen 190 Die auch noch Nice Jungs Alter schonmal weg Ich bin raus Ist nach links raus gesprungen Alter Da oben ist noch ein nackter Ich bin hinter dir Gustavo Hm Oh nacht sich gerät alter Von wem ist denn die Leiche Das ist glaube ich noch von Zimmer Der Loop Ich brauch schon die Munition und Auch keiner mit Ich hab den Rest dann so auch einfach mitgenommen Ich hör ein 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 Kai Oben wieder am Fenster Hab den in Weiß auch Den in Weiß hab ich Auch weg Nice Zwei Leute weg Im Blau und Weiß, weg Oben am Fenster wieder rechts Fenster hoch rechts Fenster schön alter so ich hab ne L96 geil alter kann ich da ne Bolt haben? ja gleich da unten ist einer vor der Base oben Fenster blau oh close bei mir ich bin down ich bin down ich wurde gerusht E17 bin ich E17 ja ich hab dich markiert E17 E oder I ich hab auf jeden Fall Marker E wie Emil jetzt müssen wir aufpassen ne ich hab zwei von denen geholt und jetzt haben die mich gerusht soll einer in Rot weiß ich nicht ich hab's nicht gesehen ich bin weggelaufen ich wollte nach hinten weg die L96 sichern und dann hat er mir den Rücken geschossen ja ich hab auch keine ach doch warte muss aufpassen der konnte mich hier sehen der kann mich jetzt gleich auch sehen ihr müsst das Fenster gleich bitte einmal in Beschuss nehmen scheiße fuck ich weiß nicht wie ich damit zum scheiß Ding aimen muss hier damit ich da treffe Error Error 404 du? hab mich gekillt also ach so oder wie meine Gm er kriegt grad nicht mehr oh ich hab was zum er ich hab Reef vorn gedrückt scheiße ach hier ach so alter von links ballert auch noch einer ne da war hier war ein NPC da hackt der hier auf mir rum ey wer so ein Spacko ich hab ihn abgeknallt ich hab das auch nicht gecheckt ich denke ich ich dachte ich wurde gehittet ach ja er war ein nackter den wir dann 100 Bruder weg geholt haben ja der ist da rübergelaufen gekommen die Drecksache da hinten am Fenster ich sehe ihn er sieht mich nicht er guckt zu euch ich bin beim Bergfall außenposten ah das ärgert mich das das unverdient oh oh der war close alter hier bei mir mach das Pferd er ist noch leer ja ach so warte es hat Pferd ah ja ok warte ach ich brauch eigentlich keinen oder ja bei mir berg bei außenposten ach so hast du es schon so ich versuch mal irgendwie da noch der ist hier bei mir auf jeden fall mhm hab ihn gesehen der ist halt eingeschlagen an den Felsen ist er ich hab ihn einmal getroffen Digga der ist glaube ich auf dem Dach bei mir Outpost habe ich im Blick aber der ist an der Felswand direkt hinterm Outpost quasi ich versuch zu meiner Leiche zu kommen nochmal ja mach ich einfach ja das ist ein bisschen nack ich einfach ich hör doch hier ein Schleichen zwischendurch aufstehen kurz kurz laufen ja der ist hinterm Outpost ja der ist hinterm Outpost ist er da hab ich ihm gerade eine gegeben also ich bin gerade auf dem Outpost mhm seh dich hier ist halt noch einer irgendwo ja ich bin sofort down überlebt das nicht keine Ahnung von wo schade schade die waren überlegen die waren halt zahlen mäßig überlegen leider ne ja guck mal überleg mal oben waren zwei im Haus ich hab keine Munition mehr ich hab zwei hau ab hau ab am besten nimm alles mit was du da noch finden kannst und dann hau einfach ab ja versuch mich noch zu looten der holt mich eben jetzt hier auch sofort weg geil gemacht Jungs nice gg boah fuck die haben hier auch also jetzt ehrlich cooles Gefecht ne na egal dann rennen weg die haben das cool gesehen na ich weiß wer das ist alter das sind die beiden die bei uns gewesen sind mit dem Heli alter ja war doch gut zwei Leute haben wir hier auch geholt die die draußen vorgelegt sind die habe ich beide weggeholt war cooles Gefecht ich habe keine Bolt mitgenommen alter wir haben einmal so ne ach ich bin drüben in der Base ich wollte gerade sagen ich bin irgendwo anders alter ich hatte kurzzeitig ne L96 in der Hand Dinger ich bin mit der M93 39 gar nicht klar gekommen auf Distanz gar nicht alter richtig räudige Waffe auf Distanz alter und dann noch mit dem Schally boah und die auch die ganze Zeit gerade und die sind semi-automating hier du bist angeschrieben im Chat von Benji von Benji why kommt ihr zu uns mit Benji gefightet du hast es noch gesagt es ja so aussieht wie Benji ja aber ich glaube dass sie meine Leiche da hinten gar nicht gelootet haben ich bin gleich wieder bei meiner Leiche ich öffne jetzt den Fight gleich noch ich öffne jetzt den Fight gleich noch ich öffne jetzt den Fight gleich noch warte ich habe äh ich habe äh ich habe äh den getötet mit dem Granatrafer ja ich mach den weiter du hast den nur du bist jetzt gleich an deiner Leiche ich bin an meiner Leiche gleich warte wenn ich Glück habe liegt die Leiche hier noch dann habe ich den ganzen Stuff noch ja dann lasst du ihn wieder geben oder für das geile Gefecht ne nicht? wir haben einen wir haben einen wir haben einen haben wir hier wer Leute finden nicht da bin ich gestorben da geh ich jetzt auch nochmal ja na scheiße diese Drecksscheiße hier diese Hurensohnstacheln ey guck mal hier was liegt hier denn? hier liegt ja meine Leiche uch da liegt ein Granatwerfer und eine L96 und noch eine komplett weiße Rüstung die soll man den wiedergeben den Dings dann muss noch einer hinkommen ja warte 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 ich will mich erstmal hier aus der aus der heiklen Zone entfernen warte die L96 kriegen die aber nicht wieder ne 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 und die weiße ey der hat die komplette Dings ne? auch die Hose der hat die komplette wie heißt die? diese weiße Rüstung ja ich weiß was du meinst ja ja komplett aber die ich musste ja erstmal gucken dass ich hier irgendwie Licht finde da muss ich mich mal ein bisschen vollpressen ich flieg da mal einmal als Naked hin alter aber ich brauche Licht alter Zimbel liegt hier so am Pennen hast du Licht Zimbel? ne ne? Gustavo hat der irgendwas? ich hab nur meine Russell da ist Licht dran kannst du aber sonst rausnehmen wie ist der Zimbel? ne ne ich äh ich geh da ohne Dings eben hin ah wow war ein nicer Fight also war wirklich cool alter ja oh hier ist er hier ist er warte 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 oh mein Gott nein nicht wegknallen ist jetzt vorbei ja ne? ja ja ich hab den schon geschrieben weil die gefragt haben auch den weiter dann haben wir geschrieben ne ne war nicer Fight weil der nämlich jetzt gerade hier mit der Fackel zu einer Leiche läuft ich könnte mir jetzt auch ich sitze nämlich hier im Busch gerade verstecken aber ich lauf jetzt auch weg ich geh erstmal hier aus der Einzelzone raus und danach können wir hier mit dem AAH ich bin auch direkt wieder reingeladen ich 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 komm mal eben da hingeflogen ja hol mich mal ab viel Spaß noch jo tschau Bona hau rein ne? die schreiben kann auch werden vorbei das war erfolgreich ey ohne Scheiß ne ich dachte die ganze Zeit ich hab nen Sound Bug ich sitze hier unten ich saß ja hinter dem fast richtig close an der Base und saß hinter so nem Stein die ganze Zeit ne? mhm da dachte ich die ganze Zeit du hörst immer wieder jemand springen zwischendurch ja aber nicht laufen hab ich auch gedacht alter und es war keiner da von denen es war keiner da die sind ja die haben ja von ganz woanders gefeuert alter bei mir aber schon ja das war ja das Ding ich bin ja ähm ich bin ja da ach ja bei dir ist der Dings dann da gewesen aber ich hab einen ich hab einen in deine Richtung laufen sehen vorher noch muss ich sagen ja genau das hast du ja erzählt und deswegen war ich auch die ganze Zeit so äh auf der, auf der Hut und dann hab ich die Schritte gehört oder die ganze Zeit diese Steinschritte an der Herzen wenn ich das jetzt hier sich jemand bewegt am Crouchen und in dem Moment wo ich nach... bist du safe? dann hol ich mal eben erst den Dings ab in dem Moment in dem Moment in dem Moment in dem Moment halt wo ich äh gucken will ob ähm ob ich jetzt Geräusche mache und ich crouch der an mir vorbei wirklich direkt an mir an der Felsmann ist der vorbei gecroucht da vorne sehe ich sie schon hinten da vorne sehe ich sie schon hinten dann kam der Typ in Weiß auf jeden Fall das hat doch geschockt hallo 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 wir haben uns nicht mal einmal gekillt wir haben schluss die vier Raketen wir haben vier Raketen geschossen sind da von euch noch welche drin? wir sehen uns morgen wieder Freunde der Nacht ja ja geh tschüss tschau 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 so einen neuen Discord regeln müsstet ihr jetzt auch wieder einen Haken druntersetzen und seid ihr oder auch andere ich bitte dich jetzt von meiner Base weg zu gehen wir haben schon viel zu viele Kanäle wieso? willst du sonst verschießen? ja oben bei Discord regeln mach ruhig ich nehm auf ist kein Problem schließen ich hab das Gefühl dass hier warte ich hab das Gefühl dass hier gleich geiler Fight alter wir wussten nicht ist das hier eure Base? die neue ich glaub dein Mate hat mich gekillt und hat meinen Grenade Launcher ja ja haben wir euch wieder gebracht ah ah wo da war oder wie du heißt ja ja hast du mich gekillt und hast einen Grenade Launcher bekommen schmeiß den mal raus danke aber ich hab den wieder kein Thema war aber ein nicer Fight auf jeden Fall ey sorry dass ihr euch gekillt habt gut nacht diga ey kein Problem alter war echt lustig hätten wir gewusst dass das eure Base ist oder dort hinten am Berg ähm wir waren mit 3 so zwischendurch aber wir waren nur von weiter weg wir haben nur weil ich einen erwischt hab von denen schnitz ihn schnitz ihn die haben so einen Aufstand gemacht wegen ihrer scheiß L96 und dann ähm machen die so Ansagen und machen dann einfach den scheiß Raid die sagten so wir werden euch ficken und sowas und dann kommen die einfach mit 3 Raketen die werden durch einen gewandt sind die mit L96 wollten die kommen oder was und wir haben die nein die hatten eine L96 wir waren auf Cargo und haben die alle gekillt und dann ähm wollten die die Jungs sind echt geil ne die hatten halt ähm den Loot von denen also die Sets von denen und so und da war halt einer mit einer L96 und die haben grad so einen Aufstand gemacht wegen ihrer scheiß L96 und haben uns getrash talked krass geil also weißt du und jetzt jetzt äh schifft er vor der Base hier und äh ich schieß ihn ab halt so als Warnung er sagt so ich melde dich gleich mal ich muss grad sagen wir haben vorhin auch welche verwarnt jo ey Schneepfien ey Schneepfien sagt er was Schneepfien sorry dass sie dich gekillt haben ok also ja die ey ja echt alles ist cool wir fanden das voll den geilen Fight alter das war das war echt cool ja auch ne geile Abwechslung das war nice echt wir haben nix verloren ja nicht so wie mit Suicide ne ja mein Gott guck mal ich hab da hinten jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht von wem irgend mein mein Stuff halt verloren da gehört dazu alter man macht ja sowas nicht wenn man wenn das so das einzige ist wenn du nix auf Reserve hast weißt du ich mein ja wir haben dich gekillt ja richtig so alter wir haben dich gekillt da hinten bei Outpost ja ja richtig so aber der der erste also zweimal ist richtig close bei mir ein Schuss vorbeigegangen aber richtig richtig close ja die haben die ganze Zeit gesniped haben einmal getroffen gefühlt aber ja ich bin auch nicht gut also ich will jetzt nicht sagen dass ich gut bin aber war lustig war richtig lustig wenn ein Anfänger ist aber schon peinlich wenn ein Anfänger hier Suicide killt und die da so ein paar Lava machen dass die ihre Knarre wieder haben wollen und dann losen die hier so ab und jetzt hab ich die Knarre von denen wenn zwei sich streiten wenn zwei sich streiten freut sich der dritte ja würde ich denn sagen alter tja das ist halt ja das war echt peinlich ja na gut wir sind auch mal wieder weiter ähm wenn da irgendwas ist ne schreibt das einfach wir wissen ja jetzt dass das hier eures ist falls sie morgen nochmal wieder kommen sollten dann wir sind auf jeden Fall dann beim Coutan dabei wir wissen ja auf jeden Fall dass ihr das jetzt seid hallo und dann äh dann hauen wir die weg woraushuh Content und dann haben wir die weg räuff depressing hey Luis zwei mal gemacht hat den Sound hier na jo was ist das abbauen hier w foto vremos schade alter die haben mich zwar gekillt aber da war jemand auf jeden fall jemand anders alter die stimme habe ich jetzt noch das von seiner wartet die stimme von der also ich glaube nicht einer von denen hat mein lud genommen alter war wir können ja gucken ob die leiche noch da liegt also zwei gruppen gewesen seien hallo hallo sorry hat gedauert ich bin von da runter nach hier dann muss ich wenn hier irgendwo im gebüsch liegen wenn überhaupt da ist eine tasche die haben mir den skall gelassen alter von diesem ecstasy typen alter ist doch alles gut alter m93 alter die habe ich unter 39 die habe ich von dem raid alter die war schon zur hälfte kaputt repariert dann eine ak mein gut alterne den selber habe ich auf jeden fall nass gemacht weil das komplette rüstungsgier was er gerade an hat habe ich in weißem inventar gerade ja und das ist die l 96 die die abgenommen haben die fliege mit dem heli noch weg also ich habe gar nicht gehört jetzt ehrlich hörst du das ja ja lande lande stell dir wach auf hey dicker ich brauche mir gar keine sorgen machen ich habe da nur einen hut auf passt du auf wenn er auf dich schießt alter feuer hat der alles kaputt ne oh oh ey geh rein geh rein geh rein wer die holzmann nicht wird er dich sehen äh da kommt ein loot drop da kommt ein loot drop jetzt gleich irgendwann aber egal stell dir den heli rein ich muss auf jeden fall jetzt erst was essen komm alter den stub alter gegen den heli alter ist schon in ordnung und vor allem für den fight hast du denn hast du den granatwerfer ja ja wir haben ja selber noch sein outfit aber komplett ich mach mal eben hier die tür auf komm wir gehen direkt rüber oder hier aber außen du kannst hinterm haus lang laufen aber da wird schon gefallen okay ich kann raus vor allen dingen die ganzen abgerotzten klamotten aber schade die brust alter aber ist ja scheißegal Digger die fighten ne das ist das ist ein bisschen woanders als da wo wir waren er kommt er kommt er kommt ich muss in die hauptbase rein scheiße komm 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 rein komm rein komm rein komm rein hier rein hier rein hier rein scheibe kann der auch noch feuern manchmal feuern die da durch der hat äh dings auch dadurch schon angefeuert wie viel Schiss doch von so nem scheiß helium oh wie süß die kleinen schwulis oh guck mal die schnöckelis so hier erstmal achso ja dann kannst du mir dein stuff geben ja ich muss grad sagen gib mir einfach den stuff den du hast ich hab nur ne hose die war von zimbel auf jeden fall hier kannst du das weiße von ihm anhaben die ja die kannst du auch anziehen nö ich hab ja hier meine ich hab mir hier so ne raptorenrüstung alter die brust sieht aber auch nice aus ne das kann ich dir auch machen hab ich gekauft das geil hä wo ist denn meine wo ist denn mein helm ey scheiße ja ich geh jetzt mal eben hier stell mich hier hin so aber meine lieben wir können ja morgen in aller ruhe quatschen wenn ich daheim bin ja gerne ach du musst ja das schaffen ne ja ja ich musste mich schaffen das hat jetzt bisschen länger drüben gedauert weil ja du kann da aber wegen dem discord einrichten das heißt ich werde morgen noch da mit den channels ein bisschen rumrauben ah ja was kann channel hat ja echt viele seiten oh geil was unter der kategorie kategorie ras ist ja echt viel zu finden außer das regelwerk ja mann alter aber kaunen hat auch ein paar channels ich hab den nur unsichtbar gemacht so küche auf was feuert der hier das hört sich echt close an alter ach immer noch da hinten okay ja eben irgendwas zu essen mhm ist der zimbel schon pennen oder ne der hat gesagt er kommt ach so zimbel er ist nicht mehr hier er ist nicht mehr da er ist schon schlafen oder ja aber das werde ich jetzt auch tun ich bin morgen so 15 uhr 16 uhr bin ich da ja kann man schlafen müssen wir mal einen plan schmieden wie es jetzt hier weiter geht ja ja season technisch mal ein bisschen vorbereiten ja ich werde morgen eh noch mit admin scheiß beschäftigt sein aber ja weil die haben ja gar keinen plan da drüben mal das morgen hier mitkriegen ja guck mal eigentlich haben wir die noch abgegeben hab ich die noch abgegeben weil die in die c4 die wären sonst alle weg gewesen jetzt dann machts mal gut ja wenn Aaron mich nicht mehr hört sagt dem lieben gruß und morgen ab 4 bin ich dann mal bei euch juhu juhu bis dann tschau tschau ach so furselchen ist noch da ja findet sie einfach eine lr mal wieder mal wieder mal wieder hab ich ja drauf ach so nicht vergessen wie wir alle da wieder kommen und du sitzt da wie in unseren selbst geschmiedeten waffen und du sitzt da in der base mit der lr in der hand das war geil ja ja das war ein bild alle voll stolz über ihre nagelpistolen kommst du da hin sag man ist ja eh die haben die geht hier oben am kreisen das war das war das war das war auch das war 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 Ich gucke in den Kühlschrank, weil meinst du, was ich finde. Quark mit frischen Erdbeeren. Und hast du den Discord jetzt mal angeguckt? Guck mal, wie viel du da über Rust findest. Echt blöd? Da ist ja gar nichts mit Rust. Ah, was ist das? Seht ihr da oben die ganzen Regeln? Allgemein Chat, S&M, Social Media, hier, Kornen, Text, Manu, Diablo, Minecraft, Community Games, ab Kalosch. Oder gibt nicht mehr, weil die wollen, dass man ingame redet. Das habe ich nicht verpärt. Wir haben Mahlzeit. Sorry, da bin ich gerade unterwegs oder nicht gesehen habe oder da schon länger ist. Da war gerade was zu essen machen und da waren wir voll intensiv gerade in so einem Bilofite. Mal gucken. Mal gucken. Was ist denn hier nicht richtig? Was ist das denn? Danke, dass du... Warum sieht das denn im OBS nicht so aus? Egal, Moment mal. Ja. Der Müll steht auf Schammer. Danke auf jeden Fall, Sofa. Krank, Alter. OBS sah nicht so aus. Warum sah der Stream denn so komisch aus? Einfach runterschmeißen, neu machen. Seit ein paar Tagen habe ich nur Probleme damit. Wie schön die Idee. Einfach einmal runternehmen. So, jetzt sollte das eigentlich... Eigentlich passen. Krass. Ich muss das heute noch einfach nochmal runterschmeißen, neu installieren. Ist echt äh... Nach Conan. Zwischen Conan und Ando findest du Rust. Und zwar nur das Regelwerk. Ja, kommt alles noch. Ist nur in Arbeit. Dat kommt alles noch. Ist nur in Arbeit. Da geh ich... Geh ich mal von aus. Soch, 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 soch. Hm. Nur mal einkleiden, nochmal los, oder? Hm. Kannst du da? Dafür wirst du jetzt ein Live-Channel angezeigt, okay? Ach ja, warte mal. Hier habe ich sogar schon gelesen. Ja, hier. Die müssen äh... Das ist doch wie vorher. Wir sind ein bisschen dämlich. Boah. Ihr müsst doch erstmal Regelwerk und so gelesen akzeptieren. Ich kann da auf den Dings nicht klicken. Ich kann da nicht auf den Haken klicken. Warte. Ich muss ja... Du musst in die... ...Regeln gehen. Mhm, 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 mhm. Aber vorher auch. Ist ganz normal. Damit dann eben nicht jeder... ...Hansen Franz, äh... ...so darauf kommt. Zack. Den haben wir aber schon. Hm? Hm? Haben wir anscheinend schon. Ja, stimmt. Wir schließen das jetzt bei Live. Kategorie Live. Egal, ich bin voll in der Spur, Alter. Aber wenso sind die anderen... Ach, da am Rand, Jungs! Mädels, Damen, sagst du doch! Wieso sind die anderen Couch-Potatoe? Wieso sind die anderen Couch-Potatoe und ich bin einfach nur online? Hm. Du musst hier regeln. Musst du alle einmal unter Discord regeln. NADU. Hast du alle? Ja, NADU und Discord regeln. Der Rest interessiert mich nicht. Und Rust halt. Ja. Aber es sind ja eigentlich nur die. Ja, was interessiert mich hier... ...Minecraft oder Anno oder... Nein, da brauchst du ja nicht. Gablo. Tavernengelaber, Alter. Weißt du... Weißt du... Wir kneiten, Jungs, Alter. Da setzen wir uns zunächst alle besoffen rein. Wie... Wie viele Kanäle... ...Regeln... ...PDF. Ach, jetzt schickt er mir seine Conan-Regeln oder was? So... ...Dinger Erdbeeren mit Quark, ne? So göttlich, mach den Kühlschrank auf und total vergessen. Ich hab so dicke Schale gemacht. Ich hab so dicke Schale gemacht. Ich hab so dicke Schale gemacht. Ich hab so auch grad ne geile Schale. Grießbrülling mit Kirschen, ey. Mmh. So geil, wenn du einen gekifft hast, echt schön. Manchmal der Zauberstab geschwungen ist. Oh shit, Alter, jetzt hab ich mir die... Boah. Hohoho. Jetzt hab ich mir diese hohe Sachen fast umgehauen, Alter. Über Mars und Mausbett. Ist noch mal gut gegangen, Alter. Jetzt wir dein Kabel sauber machen müssen vom RZ. So, ja. Gucken wir mal eben. Keine Ahnung, oder? Also. Du hast alle Regeln unter Discord-Regeln akzeptiert. Das sind ja drei Stück, ne? Ich hab einfach alle drei. Discord-Regeln. Ja, da hab ich. Coach-Potato hab ich auch. Und da unten hab ich auch. Hä, Coach-Potato ist denn jetzt... Ich bin viel zu fertig glaub ich dafür. Aber viel zu fertig. Aber viel zu fertig. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin 10er. Ja, aber ich denke mal schon. Ist ja auch so communitymäßig, ist doch geil. Bin ich auf jeden Fall dabei dann eigentlich. Selbst wenn das nicht ganz so mein Game ist, aber kann ja werden. Hast du das hingekriegt? Ähm. Haben sie gefunden? Ja. So. Ja, die Discord-Dinger, die sind schon... Ja, aber unsere Truppenstärke hat sich denn ja halbiert jetzt mal eben schnell, ne? Mhm. Wenn man nochmal loswollt, aber können wir ja gerne, klar. Bold mit Schalldämpfer. Geht auf jeden Fall besser wie die M39. Ja. Ich glaub ich werd mir auch mal ein Schallye auf die Dings machen hier, auf die L96 dann, oder? Mhm. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber wir können jetzt keinen mehr raiden, so, ne? Ach ja. Stimmt. Hm. Weißt du, mit so mal 100 No-BP, äh, Fast-BVP-Server. Ja, bin ich auch dabei. Also, denk mal, da geht ihr jetzt gerade um das Töten, ne? Ja. Also mir zumindest gerade eben. Ja. Das hat echt voll Fun gemacht. Aber wie dumm ich gerade war, Alter. So, warum hab ich den Bändchen nicht... Obwohl... Die Base von denen, Alter, die war ja auch nicht so berauscht, ne? Dafür, dass die schon mal weggeradet wurden von ihren Teammates, Alter. So, sollen die den Stuff mal ruhig halten. Äh. Das zu lesen. Schnee ziehen. Schnee ziehen. Schnee ziehen. Komm mal her. Ja, da brauchst du gar nicht versuchen, Alter. So kleinen Kiddies zu erklären, dass das nicht Schnee ziehen heißt. Nee, Schnee ziehen. Die können ja nicht mal richtig Deutsch. Wie willst du davon erwarten, dass die Englisch können? Ja. Ja, wir können auch so einen Server gehen, sonst noch ein bisschen rumballern. Base, es steht in 10 Minuten. Nicht mal, wir gehen auf... Ich glaub ich hab da noch einen, da können wir direkt so ein Dingspack holen am Anfang. Ich hab da noch, äh... Ich hab da so einen komischen... Rang oder irgendwie so wie sich die Scheiß schimpft. Können wir uns direkt so ein Starter-Ding holen. Unser kleinerer, also könnte man sogar einen Square bei der Base stellen. Achso. Ja, und dann darfst du auf alles schießen, was sich bewegt, ne? Auf alles. Ich hab da mir Nico, hab ich so ne... Mitten auf dem Eis so ne fette Base gemacht. Geil. Ja, korrekt, Alter. Dank dir das auch. Geil. Und die scheiß Maske, die ich mir gekauft habe. Diese Raptor-Maske, ne? Die sieht... Oder? Du hast nicht stehen, wie so ein Idiot hat er mit der Maske... Guck mal, wie kack dir das aussieht. Also wirklich. Die Brust find ich ja echt geil, aber die Maske ist für den Haar. Die Brust ist cooler. Ja. Mhm. Der Pullover ist auch ganz geil. Einmal am Tag Live-Sofa. Das ist, äh... Ja. Ein Fernglas guckt sie mich an. Das ist nicht ein Thema. Das ist ja gar kein Thema. Na ja, guck, ganz so schlecht sieht die auch nicht aus. Aber oben hätte die Stirn zu sein müssen. Ja. Na ja. Warte, dann kann ich mich hier einfach ausloggen, alter. Bevor ich mich auslogge, guck mal mal irgendwie. Ja, sollte schon flott gehen, also den mal 100. Aber die habe ich, äh... Die habe ich gestern rausgeschmissen. Die Hunde... Boah, sind die mir letztens auf den Sack gegangen. Ist auf jeden Fall am Laden. Da musst du mir mal die IP mal schicken. Oder haben wir uns hier bei Steam schon als Freunde? Ich glaube nicht, ne? Boah, gute Frage. Nächste Frage. Schande über uns, Alter. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, ne? Weiß ich gar nicht, ne? Ne, hast du wahrscheinlich gar nicht verbunden. Ne. Warte, ich schick dir einfach den scheiß Code. Ist bei Steam so ein Code, ne? So ein... Warte, so ein... So ein... So ein... Zack. 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 Ähm... Von meinem Kollegen hier. Alter. Äh... Digga, der Arm ist... Der ist jetzt schon... Wie viele, äh... Wie viele Leute sind da noch drauf? Jetzt. Jetzt mit uns dann 22, wa? Oh, okay. War der jetzt der Richtige oder was habe ich gemacht? Oh... Da knallt jetzt schon, Junge, da knallt jetzt schon. Ja... Ja... Ach, und den Code kann ich jetzt... Das habe ich ja doch nie so gemacht mit so einem Code, aber okay, das muss gehen. Steam. Ähm... Ist doch hier die Scheiße. Bla, bla, bla. Klar, hier Freundschafts... Freundschafts-Code ein... Ja, nochmal. Ah, wie war das denn? Ich hab dir einige gesendet, ja. Ich heiß auch immer noch Aldo Alvaro hier bei Steam, weil ich damals... Ich dachte, ich muss meinen Namen immer ändern, ey. Dabei gibt's das ja einfach so'n... Plugin. Keine Ahnung, wa? Ich hab schon... Ewig diesen komischen Namen... Den ich mal bekommen hab. Das Bild ist geil. So. So, da kann ich jetzt ja bei dir rauf, ne? Spiel beitreten. Jo. Und... Na, Alter. Ich muss mal jetzt so trinken. Und jetzt steh ich hier aber auch super ungünstig. Du hast hier direkt auch so ne Mini-Ausrüstung. Du kannst hier Marker setzen, kannst du teleporten und so. Also wenn du hier looten gehst, weißt du, wenn so ne Base gebaut ist, gehst du hier looten. Bringst dich um, startest irgendwo. Also hast vorher natürlich nen Marker gesetzt, ne? Ich nehm mal hier direkt... Guck mal. Alter. Einmal auf Schwefel draufhauen, ne? Direkt tausend Schwefel erst. Das ist ja... Das ist ja halt einfach zum Töten. Du brauchst eigentlich nicht mal ne Base. Ja. Richtig. Ich steh mir jetzt einfach hier an den Baum. Wie so'n Esel. Hol mir was zu trinken. Moin moin. So. 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 ich glaube mal hier ein bisschen holz und so ballern sich aber gut weg hast du nicht mal irgendwie draufkloppen kannst du einfach halt so draufhauen was liegt denn da alter schlafsack oder wo bist du ich bin 16 16 ich bin richtig mittendrin alter ich kann nicht mehr raushüpfen hier steht eine kleine panzerbase alter richtig schön getarnt im baum ich mich erschrocken die ist interessant alter das sind ganz simpel ja mit erlob er war aufgehauen 3.100 holz ja ich habe 90.000 holz aber wenn du aber wenn du bären sammelst gibt es gibt gibt es eine standardmenge alter war ja pilze kriegst du 50 pro ja moin ja aber das ist halt ich hole mal schwefel ran auf dem weg zu dir ja das komme ich auch entgegen warte mal wie war der scheiß befehl nochmal ich kann dich auch so einladen alter in das team das wir uns schon sehen das wir uns schon sehen wie war das nochmal ne clanusing genau ne clanusing genau ok jetzt was nehmen wir denn einfach ok wie heißt du hier drin immer noch aldo genau aber mit unterstrich ne ne einfach leerzeichen ok groß ne immer genau die beinahe ist groß ja ja so und jetzt musst du ja da hat immer ein befehl an ja wunderbar dann lass mal warte ich verstecke mich mal eben hier so ein bisschen dann lass uns mal treffen da müssen wir ein bisschen schauen ja andere das so ein mal 100 ohne baupläne fast pvp einfach nur sinnlos töten ja das ist auch mal geil ähm lass uns mal treffen auf jeden fall eine anhöhe guck mal p9 oder q12 ist zwar schnee dann lass uns p9 vielleicht mal gucken p9 ja ok alles klar ich hab voll verpeilt alter wir haben ja die dings drin hier selber laufen alter wie dumm achja achja hab ich auch gar nicht dran gedacht alter dann denk ich mir ist das noch aktiv Fusselchen ist connected jawoll wie das seht ihr ja klar aber hier der wollte sich stream snipen mit wie viel s da da sehe ich schon was musst du nochmal um das anzunehmen machen ah geht schon so wunderbar wo bist du denn oh oh ach guck mal hier metallerz guck mal kann ich direkt mitnehmen wir gucken was sie jetzt sagt wenn sie da drauf haut ich hab da doch im stream schon gesehen wie viel das gibt ach nur deshalb direkt wo lager bauen lager geil lager materialien ja alter und die stackgröße ja ich hab schon einen stack für 400k stein ich glaub gibt es eine million tschuldig ja das ist halt nur zum fun ne für echt ja da sollte ich nicht hinlaufen alter wo bin ich überhaupt da ganz falsche richtung wieder weißt du ich hab nen marker gesetzt ich lauf komplett falsch Buffalo soldier hier ist ne offene base aber hier musst du auch richtig aufpassen mit scheiß shotgun traps ne das hat ne hund ach ne ist ein wolf ja greift er mich nicht an komm schon hau raus hier du Huren Tierfett das wollte ich haben ja Bären brauchen wir hier drinnen ja weniger also die Samen warte mal ich will hier mal einen sehen jetzt ey aber gut sind noch nicht mal so 15 Leute ne ja gut das ist natürlich mit in der Woche grüne, rote und blaue Karte direkt ich hab das mit Absicht alter den Server genommen wir hätten auch noch in den EU Server gehen können da ist noch viel mehr los aber ganz ehrlich das sind die Ratten alter das sind richtige Ratten auf dem Server so deshalb die nächste Base die wir finden alter so wir haben gleich ruckzuck Rockets alles C4 muss jetzt hier an der Base vorbeilaufen ja wir haben auf jeden Fall schon 1300 und Benzin naja da ist auch noch mal Stand oh Kiste sollte ich mal reingucken ne uff ja dann schmeißen wir doch mal hier die ganzen Bären und die Pisse weg Samen weg alter Tierfett eins sind weg da ja genau alter wo seid ihr ich komme mal geflogen pass mal auf du findest hier voll viel Helikopter ne ich weiß nicht hat der schon Sprit drin naja natürlich nicht scheiß auf die Fässer die hier sind scheiß auf den Stein wow 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 ich werde vielleicht sowieso irgendwo abgeknallt die haben hier voll viele Sam Stationen Niko und ich haben auf dem Server auch komplett übertrieben auf ne Eisscholle richtig schön weit draußen voll mit Heizung drei Sam Dinger oben drauf und haben uns verlesen alter oder irgendwas ist nach dem Server Restart gewesen so war der komplette Server wiped alter aber da wärst du echt nicht hingekommen du konntest mit dem Boot du konntest einfach konntest da nicht hin du kannst ja hier alles bauen Geschütze nach draußen alles scheiß egal ja ey auf dem Berg hab ich letztes Mal auch gebaut direkt hier beim Kugeltank wo seid ihr? da gleich jetzt hier im Wasser langlaufen achso warte ich sammel dich dann erstmal ein mal bleib mal ruhig da irgendwo naja steck ich bin nicht gleich ja wenn du ein Heli siehst einen großen am Himmel sag mal Bescheid also ein Transport Heli ich hol dich jetzt ab ich bin jetzt mit meinem Schrottplatz ja du bist noch nicht oberhalb ne du bist noch unten am Wasser dann geh ruhig da schon mal hin oder bist du oben auf der Lichtung ja ich geh zum Wasser gut jetzt höre ich ein Heli und sehe einen Heli ohhh ich hoffe das war nicht nur mich ne ist nicht mehr hier ist ein totes Pferd ach ich komm aber ich hab auch keinen Platz mehr ja ich hab noch was ich hab da raidet jemand mit einer SR oder was ist das? soo was wollt ich denn jetzt machen halt da ist mir der scheiß Schädel hier weg wieder 1 2 3 4 sonst gehts ab und an alle oh 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 da hab ich ja garnicht gesehn das Ding hier über uns soo hier ist richtig pilze für alle auf dem server nimm einen samen ein bisschen tierfett sagen wir fliegen wir hier gestern mal hier, zack, ah fuck alter ah guck mal hab ich gewonnen alter 1000 rp ja das ist so zwischendurch so die events für diese rp punkte gucken wir gleich direkt so ein kit für die base, kits ist falsch slash kit müsste das sein machen wir dann gleich alle einmal die punkte und der dings, aber ich habe den discord nicht mehr also bin ich gar nicht mehr in den, oh da war es ja wieder diese metal base willst du dann mit holz anbauen? mhm, wobei ich hab nur mal geguckt ob das schmutz hier zählt, warum das scheiss hier lass einen höher bauen ja ja der dreht schon voll am stock alter, yeah! juhu! Ja, dann bau mal Baukünstler. Ja, warte mal ab. Ja, warte mal ab. Und bau ein schönes, großes Lager. Ja, vorsichtig. Vorsichtig schönes, großes Lager. Warte, wir müssen gucken. Von der Seite sitzen wir den TC. Guck mal, der Alte will da bestimmt auch ein Flugzeug haben. Oder? Ich hab auch so eine Repair Bench gefunden, den war der ja. Was ist das denn? Das ist eine Reparaturbahn. Das ist eine Reparaturbahn. Kannst du gar nicht so zerken, musst du... Kann man da nur mal abreißen, ist zu spät. Guck mal, kann ich die Nacht aufs Kippen hier. Ja, Votes, Votes, Slash Votes. Ist grad auf jeden Fall besser. Ähm, genau, damit man da nicht direkt dran kommt. So. Äh, warte mal hier. Machen wir direkt... Zwei kleine Öfen, kann ich mal jemand hier nehmen und schon mal irgendwo... hier in einen so ein Dreieck. Warte mal, ich mach mal eine Wende dafür. Aber die sollten am besten... Ich stell das eben hin als Begrenzung. Die sollen hier in das Dreieck hier vorne rein am besten. Ja, siehst du, geil. Oder in das hier. Das hier, in das hier? Also entweder da drei Öfen rein, warte hier. Oder hier. Warte, ich stell hier drei rein. Nicht da, ne, ne, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Sondern hier in die vorderen. Das ist ein Hammer, da muss er den aufnehmen. Ja, der ist aber jetzt, äh... ich mach mal eine Folie im Moment. Genau. Genau, da kommt ja auch einer hin. Aber bevor ich die setze, komm nur mal da. Ähm, dann können wir hier... 94.000er Stickholz, Alter, weißt du wie ich meine? Ich hab hier schon ein SMG-Gehäuse. Protected vor 721 days, ja. Chantaten. Ach scheiße, hier hat noch mal... Hat da jemand Holz noch da? Ich hab hier zu viel Holz schon drin. Dann machen wir mal die Hälfte raus. Ich stehe am Durchgradernis durch den Ofen, ey. Dann machen wir mal so. Zack. Hat der mir schon wieder das ganze Holz da rausgenommen, oder was? So ungefähr. So, kann ich denn hier schon mal craften hier? Ja. So, HQM geht auch schon mal durch. Wir werden aber hier gleich halt nicht durchgehen können, ne? Also... Auf wie schnell! Auf wie schnell! Ich schmeiß euch das mal was hier. Ich geh noch mal ein paar Sachen ranholen hier, Essie. Ich geh ein paar Kisten aufmachen, Essie. Warte, 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 warte. Stell dich mal bitte hier auf dieses Fundament. Ihr beide. Wo ist er da? Yeah. Slash, set, home und dann... Oh, und dann am besten ein Name oder eine Zahl. Keine Ahnung. Eins oder so. Und das muss... Irgendwas, was ihr schnell eingeben könnt. Könnt. Set, home. Ich mach set, home, man. Wat? Ist das rausgenommen? Nein. 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 Et. Ich Idiot. Et. Home. 1. Zack. Wie? Auch nicht. Du kannst doch hier teleporten oder haben wir das rausgenommen, Alter? Beziehungsweise du kannst hier hier... Bin ich jetzt total blöd oder wat, Alter? Ja. Das ist doch der Server. TPR. Du kannst dich teleportieren, deshalb du kannst... Kannst anscheinend nicht mehr. Okay. Hier, du kannst aber Slash Roll Gun eingeben. Kriegst jeden Tag eine Random Gun. Hm. Auf jeden Fall... Ja, gebe ich das halt nicht mehr, ne? Haben die rausgenommen. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, hier liegt noch ein Gewehrgehäuse, ne? Das hab ich mal aufgehoben. Ich hab ein bisschen geschmissen, ich geh mal ein paar Kisten aufmachen. Ich brauch Kisten. Oh, jetzt hab ich fast hier... Wir brauchen Holz. Oh. Vielleicht kann hier nix weiter reinpacken. In den PC. Ne, stell hier schon mal einfach irgendwo so... Achso, ist das schon Holz drunter, wat? Achso, von den Sachen. Ja, baue ne Kiste und stell die einfach hier schon mal irgendwo hin. Wir können die ja danach removen. Sollte die im Weg sein. Machen wir hier erstmal Steine raus. So. Warte mal. Okay, zack. Nehmen wir einfach den... Oh ja, nicht genug Dingsplatz. Ha! Ja, fuck off, alter. Ja. Aber nur eben hier. Sind sie da. Hier. Jetzt hab ich auch. Guck mal hier. Meine Piratenkiste. Geil. Zwei Hedis, ja nice. Fleisch. Wie PvP Protection. Hä? Wird brauche ich ja. Digga. Du hast keine Ahnung, alter. Protection scheint irgendwann doch auch nichts sinnvolles zu sein anscheinend. Na ja, Bäume in der Nähe gibt's ja jetzt nicht wirklich. Wollen wir da unten hin. Wie das gut knallt da unten, ne? Ja. So. Hatten wir nicht schon Stoff? Klar hatten wir schon Stoff. Hab ich reingeschmissen. Ja, äh... Der passt ja an TC, ne? Stoff, ja. C. Machen wir eben hier drei Schlafsäcke. Knall die hier hin. So. Hallo. Tch. Wo? Ne, ich hab dir den Dings... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber... Ah, du bist offline in den Dings, ne? So was hasse ich, alter. Wenn du diese räudige Scheißliste hier durchgehen musst. Da. Hast du auch einen Schlafsack schonmal hier? Achso, zum Übergeben meinst du das? Ja, ist jetzt... Ist schon... Damit... Ja, danke. Ach, das ist so, ihr Käse. Haben wir mal geschenkt mal. Baller durch, mein kleines... Boah, Alter. Diese Tastatur, ne? Ich muss die anderen Dinger wieder reinmachen. Experimentiert. Mit so anderen Kappen. Zack. Oh, ja. Unlimited. Remove Kit. Zack. Ja, genau. Discord. So war das. Habe ich aber rausgemacht. Ja, da mal eben 3000 HQM gekriegt, ne? Das ist doch, alter. Da müsst ihr gleich, wenn ihr hier in der Base seid, auch mal eben machen. Hat einer von euch was weggerissen? Ist das vielleicht die Taille da unter, die zusammenbrechen? Meine komische Konstruktion, die ihr da gebaut habt? Ja, das kann sehr gut sein, ja. Ja, der muss auch da drauf. Da müssen wir auf jeden Fall... Dings Türen machen. Fragments. Haben wir noch so einen Ofen. Wollen wir nochmal einmal. Ja, wo brauchen wir denn für so einen scheiß Ofen? Na, mehr wie 50 Sprit. Ich meine schon. Nö. Kann ich mal bauen, warum ist der nicht mit dem Schnee-Menü drin? Oh. Na, jetzt wird ganz zu viel gebaut. Egal. Vorsicht. Pusselchen. Alter, nein. Ich muss oben aufs Dach mal eben. Ah, ist ja dämlich. Richtig dämlich, Alter. So. Auf der anderen Seite machen wir das. Ja, warum ist der Ball? So. Auf der anderen Seite machen wir das. Kann ich mal mit Panzertüren einfach rein. Hm. Nicht oft hab man die scheiße gebaut, ne? Zahnräder. Haben wir schon Zahnräder zufällig gehabt? Ja, aber auch immer drei Stück, Alter. Ehrlich. Ja, hier. Jackhammer Kettensäger haben wir auch, ne? Ach, ja, genau. Guck mal, Pusselchen. Kannst du einmal, wenn dein Inventar leer ist, äh, slash Kit eingeben? Was ist das? Start Protection. Keine Ahnung. Start Protection, weil wir gestartet haben, die endet jetzt und jetzt können wir angegriffen werden. Ach so. Äh. Äh. Fragmente ist hier. Mach mal das direkt hier auch komplett jetzt. Weil der Tischi bleibt. So, jetzt hält der 34 Tage. Ja. 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 Ja, ja. Gibt Menschen. Ähm. Da. Komm, scheiß drauf machen. Ne, da kannst du nicht durchlaufen, wenn die nach innen sind, ne? Da ist direkt ein Schloss drauf. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich denke schon, man kann sich den Rotz nicht mehr aufnehmen. Ähm. Ähm. Wir haben alle direkt den gleichen Code, ne? Also. Da ist auch alles gut. Zack. Wie in der alten Base, oder was? Ne, ne, ne. Das hier alles automatisch. Ach so. So. Dann kommen wir gleich noch die Schießdinger vor, die Schießschaden hier. Können wir mal hier machen direkt. Ah, wir können das auch ändern und die nicht mehr automatisch zugehen, ne? So, das geht auch. So. Nein. Jetzt sollten die. Zumindest wenn ich die mal aufmachen, aufbleiben. Ansonsten müsst ihr auch Slash-Add eingeben. Warte mal. Können wir doch jetzt mal hier eben alles reinsetzen. Ach so. Nice. Zack. Zack. Können wir doch hier Schießpulver den ganzen Scheiß und so auch da reinpacken dann, oder? Also nur wichtige Scheiße. Boah, die Welt ist ja komplett frei. Scrap braucht man eigentlich auch nicht. Außer man will sich irgendwas kaufen. Anwaffen. Ähm. Ja, da müssen wir die Schlafsäcke, wenn ihr gleich da seid, einmal wegpacken. Äh. Hier ist halt Holz. Hä? Holz. Auch hier ist Holz, hier ist Holz. Nur mal hier 120.000. Oh, da könntest du auch noch mehr haben. Da hast du ganze Stein. Ja. Darum war ich ein bisschen... Ähm. Wer ist das? Ich sie. Me. Okay, okay. Okay, okay. Alter, hier ist ein Stein auf dem Boden. Da kann ich die Kisten gar nicht so stellen. Hab ich gar nicht gesehen. Und hier auch am Rand. Warte. Guck mal, hier haben wir. Warte, dann muss ich die mal eben so nehmen. Okay. Tag, schon mal zum Verteidigen. Alter, ein Bolt schon. Jawoll, Junge. Haha. Wo ist Fusselchen? Da. Hier, ich schmeiße ihm auch meine Hände schonmal. Was war das denn jetzt mit dem Flieger? Hab das gehört? Plötzlich nach dem Hubschrauber an. Ach, nach dem Flugzeug. Hier, bleiben wir hier stehen beide. Hier. Warte mal eben. Guck mal, ihr müsst jetzt mal eben beide Slash-Kit eingeben. Oh, Laser. Slash-Kit. Und dann siehst du direkt, was du einmal holen müsst. Ja. Was soll ich denn holen? Das erste Kit. Bild-Kit? Ja, ja, genau. Wenn dein Inventar frei ist, geht das aber nur. Ach so, ja. Ich bin komplett voll. Warte, die Typen sollen wir dann zumachen. Erstmal noch. Ähm. Au. Ja, wir haben aber schon geschützt, Jungs. Wir haben ja schon und Damen. Wir haben ja schon richtig... Du kriegst ja auch ja richtige Premium-Kids. Ja, Pay-to-Win ist das halt. Ne, auch. Aber... Ich hab schon mit Leuten gequatscht und das ist jetzt auf jeden Fall nicht... ...nicht das dollste, was du dann da bekommst. So weißt du, wie ich mein. Soll ich denn die ganzen SMG-Partys reinpacken, was für Waffen ist? Ganz ehrlich, haben wir noch gar nicht. Ich wollte hier jetzt grad was stellen. Also ich werd hier auch noch was stellen. Aber... Wie kann ich erstmal noch aufheben? Das ist hier so ne Sache wegen den scheiß Steinen, wa? Und ich hasse auch diese Panzerwände zum Stellen, ne? Das ist... ...nicht schön, Alter. Nein, ich hab vergessen. Oh, fuck. Und geht auch nicht. Ich hab nix vergessen, Alter. Ich hab kein Holz mehr im Inventar gehabt. Ja, Prost. Mahlzeit hier. So. Machen wir aber ein stinknormales Tor dann hin. Wann haben wir denn hier? Da erleichtert bisschen. Schön. Oh. So, gut. So, dann kann von hier schon mal... ...hier so geräumt werden. Ja, ihr müsst Slash-Add eingeben, dann gehen die Türen nicht immer alleine zu. Und das? Yeah. Add... Also, slash add nur. Ahja, Automallocatorius, oder selber. So. Machen wir den ganzen Scheiß mit eben. Ja, doch, doch. Wir haben schon was. Gunpowder ist auch im TC. Weil wir ja nur Dings hierfür brauchen. Panzer und eh... HQ- Also, HQM und Metal Sheets. Mhm. ja richtig so hat die macht gesprochen der scheint er nicht mehr dazu sein sind ferien scheiße die kiste steht hier nicht richtig alter oder ist der stein erstelle mir eine kleine kiste ist halt mal so wie kommen wir denn da rein wenn wir das hier so instellen ist doch gut so oder dann können wir hier auch noch eine kleine in der mitte stellen mit wirklich irgendwelchen krass wichtigen sachen dann nehmen wir jetzt mal hier andere und da muss auch passen her ich glaube da kann man hier geduckt kann man komplett durchlaufen dann haben wir die hier schon mal so weit dann packen wir Vorsicht dann kommen wir eben hier das rein das geschützt die billowgans brauchen wir ja nicht rein die kriegt man ja immer wieder wenn man startet Laptops habe ich gerade acht stück hier die habe ich in tc jetzt gerade gepackt die haben wir rein noch zwölf gut er braucht da auch nicht rein Paketen ich packe die Rohre packe ich mal wir müssen gleich mal gucken wo wir ich könnte auch die beiden aufheben und wir stellen hier Regale mit vier Kisten gucken wir nach vorne ja kommt man noch dran vorbei dann machen wir das doch mal packen wir da mal eben hier Holzkohle und so eine Piste rein da hier 13 K 13,8 Sulfur und äh hauptmaßes Schwefel so zack ach egal zwei stück gebaut warte ich hab schon in der Hand aber wir haben eins fertig ich hab zwei Regale fertig hier aber ich kann das nicht setzen wegen dem Boden glaube ich da ne war die Türe schuld ne das kann doch nicht richtig in die Ecke alter was soll das ich hasse das ne gerade pvp da muss alles ordentlich sitzen na Vorsicht du musst mal zurück wer auch immer da steht ja wunderbar da passt äh und nur eine hin genauso wie wir grad mit der kleinen hatten irgendwo in der Metal Springs hier rausgenommen die gerade einer am Mann ja hab ich gerade hier hier bitte ok egal ich mach schon mal AKs hier schnell für uns das was ist hier los warum passt die Kiste da nicht drauf warum kann die Kiste warum kann die Kiste da nicht drüber gucken über dem Regal ich mein wir haben dann schon eine mehr ok aber wegen dem Schlafsack yo warte mal das meiner von denen sogar erinnert jetzt der Schlafsack war dämlich ne war der Schlafsack mein Gott hier passt es aber nicht wegen der Kiste äh wegen dem wo dann ist ja nicht schlimm jetzt passt das hier auch hier brauchst du die Kiste auch eigentlich gar nicht abschließen wenn die kommen dann nehmen die sich das so oder so äh hier darf nur eine kleine Kiste hin ne auch wenn die passen sollte und die Kiste müssen wir weg machen sonst kommen wir die mal rein oder hier drauf stellen genau muss ich hier drauf stellen und dann hier drunter durch oder wir nehmen die Kiste weg und packen auch eine kleine hin ist ja ein bisschen zu dumm ich hoffe ich stehe hier gerade nicht im Weg zack 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 man kann das eigentlich weg damit man hier auch noch fighten könnte wenn hier jemand rumkommt jetzt sollten wir uns dann mit den Kisten hier auch die können dann eigentlich auch wieder weg was ist denn da noch ein alter die sind ja noch komplett voll die hier müssen auch weg die kann ich aufheben ach packen wir mal die ganze scheiße hier rüber mächtig zack recht in der Kiste liegt ne AK für euch hier der Schlafsack muss beim aufgenommen werden ich weiß nicht ich glaub den habe ich dir zuerst übergeben also ich kann mal hier 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 da muss einmal raus ja dann können wir hier noch die nach links und rechts rüber gucken lassen ich stehe noch mal absolut nicht gerade oder gleich also mal gucken wo ich die bolt hingeschmissen habe da wollt ihr dann losziehen und ich sortiere schon mal nicht umbauen dran bauen weil ansonsten ja nicht so toll wir haben ja nur diese eine türe meinst du reichstatt lager davon oder brauchen wir mehr reicht weil die der größe ist ja riesig man stimmt hier aber jetzt nicht so 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 Musselchen, falls du angegriffen wirst, hier rechts unten in der Kiste ist eine voll ausgestellte AK für dich drin Jo Joa, Schlafsack pack ich... Wo ein jetzt? Boah, da, wo du magst Ruhig, steht jetzt alles, kann ich einfach mal irgendwo reinpacken, ja? Ja, wir legen hier gleich draußen sowieso nochmal welche, ich muss meinen auch noch legen, ich hab den im Prinzip gerade... gerade gar keinen liegen Ähm, dann stellen wir hier... Scheiße warum scheiße ich wollte gerade sagen ich will hier nicht runterfallen machen wir den direkt komplett als panzerbunker scheiß drauf ja der helis explodiert alles klar ist cool habe ich mich erschrocken ich mich jetzt erschrocken ich denke mir nein ich habe keine wasche da ich habe nur die bolt mit kein schuss dafür und ich meine es sei er mit schuss alles ohne muni gerade in der tasche hier noch ich bin nur hier so rum ne scheiße die machen wir auch mal so hier 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 Ja, oh, oh ja. Ja, ich baue ihr was, ihr werdet euch alle freuen, ne? Ein Airlock! Ihr werdet mich hassen. Aber das ist so. Vor allen Dingen geil, doppel, da kann ich die Seite auch noch aufmachen, stimmt ja. Zack. Zack. Wunderbar. So, da habe ich noch mehr Türen. Die hat voll Spaß beim Sortieren. Äh, habt ihr das auch gemacht mit Slash-Kit? Ne, noch nicht. Ich mache das jetzt mal. Wer soll ich mir den holen? Das erste Deich links unten. Ja, du kannst das, warte mal. Kann das Inventar leer sein? Ja, da muss auf jeden Fall leer sein. Du kannst das erste, das zweite unten dann das mit dem Essen, also mit Nahrung und mit Medikans machen. Ja. Ich dem. Oder mit dem? Alter, guck mal hier. Ah, ich habe hier, äh, äh, Dings geholt. Stimmt, da war ich noch drin. Ich habe zwar, äh, eine Rauchgranate für einen Airdrop. Ist hier drin ziemlich gefährlich. Oh, jetzt habe ich das rechte. Okay. Wann habe ich denn hier? Ich habe jetzt, äh, das... Ressourcen? Genau, das linke, so der HQM und diesen ganzen Kram. Ganz genau, wenn das Inventar leer ist, kannst du das erste, das zweite unten und darunter jeweils die beiden nehmen. Und da kannst du erstmal eine fette HQM-Base bauen. Und so haben wir jetzt insgesamt schon mal 9400 HQM insgesamt gehabt. Ja, okay. Dann ist die Base erstmal safe. Weißt du, wie ich meine? Und wir können jetzt gleich einfach losgehen. Also nur das Töten. Vorne ist jetzt der Dingsbereich noch. Dann gehe ich einmal hoch auf das Dach und mache da nochmal eine halbe Etage drauf. Klar. So, damit der halt auch ein bisschen geschützt ist. Aber vorher gehe ich nochmal in meine Küche. Haben wir noch Kl... 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 das habe ich gekriegt achso ja geil 10.000 Fragmente Holz und Stein 3.000 HQM 4.000 Sulfur Jackhammer Kettensäge ich glaube das packen wir auch in den TC Technik Schrott ja ich habe ja noch Explosives weil ich hier noch mit ein Waffenschrank er geht hier gar nicht rein okay achso ja okay dann halt nicht dann bleibt er hier drin Sprit ja Sprit geht hier rein huch so dann können wir hier den TC reinpacken und die Türen den Ofen die Kisten und den Schlafstack so zack hat man schon mal auch noch mal ähm haben wir hier eine Scheiße vorne weiter Google sicheres Glas was was ist das denn alter ach ja genau ihr habt da Türen und so gehabt ne habt ihr die schon irgendwo wegsortiert ja ok na wunderbar Jack ja das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße ja geht auch so perfekt ja ja ich muss nochmal eben aufs Dach mhm Leiter sollte ich mit meinem bauen AK hast du mir rausgenommen ne 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 noch nicht ich hab hier äh die Bolt und ne Dings grad ich hab noch oh guck mal wir kommen hier noch gar nicht richtig weiter runter woher hol ich die AK denn hol ich die schon wieder ich hab die mitgenommen ich honke warum kann ich den hier auch nicht setzen alter ist doch ich spreng die Base mal da rechts unten ich spreng die Base mal da rechts unten ja warum nicht mach das wie viel braucht man für ne HQ Base ach so da brauchst du für eine Wand 10 zu 4 hier schaffe ich ich hab 20 ich hab extra den Server genommen weil sind viele von dem Alter warum hat der den denn da eingesetzt weil es sind jetzt viele nicht online und das sind Ratten die sind richtig toxisch hier alter richtig toxisch ich hab schon mal es gibt es gibt die Er dreht direkt voll durch, Alter. Jawoll! Das ist doch geil, ja. Nein, warum mach ich den denn da drinnen, Alter? Egal, wir haben genug. Warum mach ich das jetzt alles in der Kuh? Scheiß drauf. Einen muss ich noch. Einen muss ich noch. Gibt alles. Warte mal, habe ich da jemanden kommen sehen? Ne, da bist du gewesen. Nur so im Dingswinkel. Pass auf, für Schutz sind sie auf jeden Fall auch richtig, äh, stark vertreten hier, ne? In den Belsen. Anni, komm. Na, gut, dass ich das abreißen kann. Hm. Ne, warte. Guck mal, die Fenster sind total unnützlich gewesen. Die machen wir gleich mit Skischarten, die Fenster, die kommen raus. Dann kommen da so Skischarten dran. Dann können wir die so viel besser wegnehmen. Oder wir gucken, dass wir da eine Türe machen und oben, äh, dass wir unten raus können noch. Notfalls. Alter, das können wir nicht mehr abreißen, ne? Aber das geht doch der hier, oder? Ja. Ey, da kommt ein Heli. Der brennt, der stürzt ab, der kommt zu dir. Ah, die haben mich, die Wechsel. Und oben auf dem, oben gelandet. Ja, ja, die, die picken uns jetzt gleich, ne? Oder die übernehmen dann Raid. Digga, die kommen gleich hier, ne? Haben wir noch Türen? Türen, Alter, die kommen, die kommen, die kommen. Ich pack meine hier rein. Wo haben wir noch Türen, 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 haben wir noch Türen? Zahnräder, haben wir Zahnräder? Haben wir ja. Wo, 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 wo? Ich muss durch, ich muss durch. Äh, oben, 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 oben. Alles klar, Türen, 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 Alter. Die ficken uns jetzt, Alter, die ficken uns jetzt richtig. Hier ist Munition. Die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Wie sagt ihr das? Die kommen hoch, die kommen hoch. Hast du das hier zugebaut? Nee. Oder hab ich da noch zugebaut? Ach, deshalb kam ich hier grad nicht weg. Warte, ich mach noch Fenster. Kugelsichere. Hier unten hab ich, ähm... Das ist falsch rum. Die kommen. Hier unten sind Spritzen drin. Kommen die? Da kommt noch ein anderer Helikopter. Können wir hier durchschießen von der Seite? Ne, ne? Ne, ne. Wir können aber noch hier oben, pass auf. Hier? Ist noch nicht richtig fertig halt, ne? Die drehen, die sind abgedreht mit dem brennenden Heli. Die kommen wieder. Die kommen wieder, Dinger. Ich mach das Ding zu, ja? Ja, die kommen noch nicht, die kommen noch nicht. Sicher? Schieß mal mit der Bolt auf die, hast du? Ich hab keinen Schuss dafür mehr. Mann, wie komm ich denn hin? Ducken und springen. Ja, ja, genau. Hier fehlt doch noch ne Tür, oder nicht? Digga, er gibt schon von hier voll Gas, Alter. Bis jetzt, kommt der E-Kurvas. Oh, die drehen aus. Oh, die drehen aus. Jetzt ficken die uns. Jetzt ficken die uns, Dinger. Geht los. Ja, Duck, ich geh da weg, geh da weg. Ich mach zu. Ich mach zu. Ja, aber die sind Geschäfte hier. Warum stehen die da nicht? Oh, die gab's. Die ist tot, genau. Oh, fuck. Wir können gleich neu anfangen, ne? Komm hier rein, schnell. Komm hier rein. Scheiße, die Türe da oben ist noch oben. Mach die Türe zu, mach die Türe zu. Jo, hab ich, hab ich. Okay. Du musst durch die Doppeltüre gehen. Ich hab meinen Schlafsack nicht gelegt, Alter. Alter, M2, ne? Also, da kannst du vergessen. Ich hab, oh nein. Ey, Mia, red mal mit denen und sag, ey, it's fun, it's fun, Alter. Red in der Kinderstimme. Ich hab nicht meinen Schlafsack mehr in der Base, Alter. Oh, geil, ey. Die machen mit sie ja noch ein paar Lava, ne? Ja, jetzt. Ich hör, tick, 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 tick. Bam, bam, bam. Ich hör... Oh, Mia, du bist weggesprengt. Es tut mir leid. Ich bin noch sicher. Im TC, die... Ah! Oh, boah. Was ist das hier? Rede mit Kinderstimme mit denen. Hör die vielleicht auf. Jetzt bin ich tot. Bevor ich reden konnte. Geil. Hahaha. Hahaha. Alter, du der schießmütige, Alter. Hahaha. Hahaha. Ja, den Bogen will ich spawnen, oder? Ja, wenn du in der Base spawnen kannst, kannst du ja probieren. Ich hab meinen Schlafsack aufgehoben. Oh, geil, ey. Genau sowas brauchte ich jetzt zum Abschluss hier noch. Hahaha. Die Baseware hätte morgen sowieso nicht gestanden. Die kommen alle um 4 Uhr online, Alter, und dann steht hier... Ja. Alles, was Neues steht nicht mehr. Das ist so ein Funding, weißt du, ich mein, das kann scheißegal sein, dass... Ja, natürlich. Aber da haben wir ja wirklich eben gerade 20 Minuten gebraucht, dann ist es ja wieder... Oh, das ist ja... Guck mal, das nächste Kit kannst du 24 Stunden holen mit diesen Dings. Das ist natürlich... Wir haben jetzt alle 3 dort geholt, aber... Oh, geil. Wo ist denn? Wo ist denn? Ja, genau. Bei der anderen Base war ich schon fast durch, ich hatte schon 5 Wände kaputt. Alter, sind die hier am Bomben. Ich bin wieder in der Base, ich bin in der Base. You are sleeping. Oh my God. Ich bin wieder tot. Die sind schon drin. Die sind schon drin. Die sind schon drin. Ja klar sind die schon drin, da war ja noch kein Honeycomb von da oben. Scheißlauf. Geil. Oh, geil. So, wo bin ich hier gespawnt? Wollt ihr wieder zum alten Platz zurück, oder? Mh... Mh... Nee... Also ich würd vielleicht... Was bin ich denn? Eigentlich müsste die... Ach, jetzt bin ich bei S4. Die müsste an der Straße mal irgendwelche Kisten aufmachen, da sind schon einfach direkt hier Waffen drin gewesen, ey. Fucken wir die noch mal ab. Ah, geil. Wo treffen wir uns? Na, ich... Ja sag was, ich sammle hier gerade Erd und so direkt. Äh... Ich bin beim Banditenlager in der Nähe, würd ich sagen. Also, ne, ich bin beim Banditenlager. Ich war jetzt erst nicht sicher. Ja, mach ne Markierung, dann... Ja, mach ne Markierung, dann... Sehen wir das schon mal ab. Ja... Ja... Keine Ahnung. Vielleicht nicht unbedingt im Schnee. Ein Mail vom Außenposten. M10. Wo seid ihr denn? Aldo ist da oben. Mia ist da. Wir können auch weiter zu dir da. Irgendwo kommen wir das schon... Oder bei Mia da, bei den Klippen. Was ist denn bei W3 hinten? Ist zwar echt weit vor uns, aber... An so Klippen bist du eigentlich ziemlich sicher. Oder hier X7. Dieses Bild, wie du da standst. Mit der AK. Und ich geh da durch, Alter. Und ich guck auch immer stehende Idioten, Alter. Vor mir. Ich dreh mich um. Seh die. Bin voll geschockt, Alter. Die stehen aber auch kurz einen Moment, Alter. Bevor die gefeuert haben. Die haben wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, was ist denn da jetzt los. Die haben wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass einer um die Uhrzeit noch so mutig ist und sich mit den Russen anlegt hat. Du hättest wahrscheinlich gesagt, die dominieren hier den Server. Ja, du hast ja auch... Also, ohne Scheiß. Wie die vorgegangen sind, hast du auch gesehen, dass die das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Das ging ja ruckzuck. Healy gelandet. Zack, zack. Rums, rums. Wand aufgemacht. Tot. Vielleicht war da denen ihr Tresor. Kannste haben. Meinst du, dass die das vielleicht gepagert bekommen, wenn ich da angreife? Ah. Deswegen sind die auch so schnell nach Hause gekommen. Guck mal jetzt. Fuck, was denn? Ich spreng mal den Russen, bei den Oberrussen erstmal den Tresor weg, weißt du? Zehn Minuten auf dem Server. Und versuch gleich... Das kann sein. Oh, wann haben wir denn hier... Boah. Hm. Das schmeckt aber, Alter. Beeren weg, die Pisse hier. Samen. Hast du jetzt eine Markierung gesetzt? Das schmeckt schon mal. Ja. Eigentlich ja. Ach da, okay. X7. Alles nur schuld. Ach so, dann kann ich jetzt zurückhalten. Nehmen wir mal mit vielleicht. Zerkraften wir eben... Warte mal erstmal... Doch, zerkraften hier die Pisse. Geht hier, glaub ich, auch instant. Hm. Was soll ich noch machen? Hedi zerkrafte ich auch. Anderen Hedi auch noch. Nein, Alter. Der zerkraftet doch nicht alles. Ah, ne. Da, okay. Immer stackweise. Aber wir müssen jetzt wieder ein bisschen scrabben, auch für Dings. Für HQM. Ist ja egal. Ehe, die gibt dir 63 Metal Sheet, Alter. Ja, das ist ne Repair Bench ist das. Mhm. Voll dumm. Oh, ne kleine Raffinerie-Karte. So weit kommen wir gar nicht, Alter, dass wir ne Windbühle brauchen. Nee. Hab ich hier den Anfang direkt gecrasht, ey. Es tut mir leid. Warum? Mir ist das egal. Musst du nur gucken an Mia, Alter. Dich nicht töten will gleich so hinter... So, nicht hinterlässt ich aber so. Oh, ich hör ne Heli. Hm, hm. Ich weiß gar nicht, ob die auch gekommen wären, wenn ich nicht noch mal geschossen hätte, auf die da aus unserer Tür. Ne, ne, da wären die nicht noch mal gekommen. Ne, nein. Ach, na und? Lustig, Alter. Aber dafür ist der Server ja da, ne? Richtig. Du, was brauchst du auch zwischendurch? Ja, einfach mal wild. Mundescheiß, ich glaub ich hab die letzten drei Wochen, wenns hochkommt, vielleicht ein Magazin wirklich, als es wichtig war, verschossen. Und alles andere war, entweder haben wir uns geballert oder keine Ahnung. Ah, das ist doch geil. Ich komm andere Seite Klärwerk glaube ich lang. Ja, ich geh zwischen Klärwerk und Kugeltank lang. Ich glaub Strahlung und so ist hier auch komplett rausgenommen worden. Okay, das ist der böse Heli. Ja, da schießt du auf mich gerade übrigens. Echt? Ja. Ja. Oh, warum? Ich bin nackt. Hä? Nacken? Alles weggehabt. Alles weggehabt. Wirklich. Ja, ich bin tot. Seh ich mich auch mal aus. Ach, wenn das Gute ist. Jetzt kann ich wieder bei uns in der Baseball. Mal gucken, ob die noch hier sind. Ja, stimmt. Schrot, Muni, packe ich weg. Nö, wir sind weg. Keine mehr da. Echt? Ja, dann kommen wir jetzt auch mal da hoch. Ist da noch irgendwas? Die haben HQM wahrscheinlich mitgenommen, ne? Ja, hier ist... Also steht der TC noch? Ja. Also ich stand am TC. Also wenn der TC noch steht, ne? Dann haben die ja nicht mal HQM mitgenommen wahrscheinlich, oder? Nö. Hier ist alles drin. Ja, dann können wir da eigentlich weitermachen. Hier ist... Hier ist alles... Also bis auf... Vier Kisten haben sie uns auch noch gelassen. Aber die Kiste, wo die ganzen anderen Kisten drin sind, mit den Regalen und so, haben sie uns gelassen. Und Schlafsäcke, also... Wir können hier komplett wieder neu anfangen müssen. Wir haben alles da. Base ist noch komplett da. Ja, nice. Machen wir da doch. Aber so Rohre... Wann haben die die... Die Billow-Waffen wahrscheinlich von uns haben sie mitgenommen, oder? Die Waffen sind weg, aber hier sind komplett, äh... Die Rohre sind hier die Schilder... Ne, Quatsch, hier. Black Trash, ne Bolt ist noch hier. Geil. Die MP5, die Rifle Ball... Hier ist alles noch, also... Die haben wir uns einmal aufgemacht. Mach mal... Mach mal einer Slash Guess. Die 3 ist es nicht. Slash Guess... Leerzeichen und ne Zahl. 1 bis 10. 3... 3 ist es nicht. Dann ist es die 8, ganz klar. Da war ich vorhin drauf. 8 ist es auch nicht. 2 mal hintereinander die selber hab ich noch nicht mitgekriegt. Warte mal, ich kann ja hier ganz einfach... Fusselchen, pass auf. Die machen das jetzt so... Ich stell jetzt hier einen Schlafsack, du bist ja noch voll weit weg. Nein, 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 nein. Noch einfacher, pass mal auf. Ich hab ja schon... Ich hab ja schon... Ich hab ein Pferd. Naja, oder ich... Dann mach ich da Slash... T... TPA... Dann kann ich unterwegs... Sammeln. Aldo... Entweder sterbe ich oder nicht. Alvaro... Zack. Hä, bin ich blöds? Ach TPA... Boah, Alter. Ich heiß hier aber auch nur Aldo Alvar anscheinend hier. Mehr ging hier nicht. Voll. Ne, das ist wegen dem Dings, glaub ich. Hier steht n... So, innerhalb von 30 Sekunden... Tschüss hier aber, da wird wohl nichts mehr dringend sein. Innerhalb von 30 Sekunden teleportierst du dir. Jo, ist klar. Oh, guck mal hier. Flammfenst nehmen wir da auch mit. Gegen Flammenwerfer. Was wollen wir damit wegfedern? Das ist interessant. Federn. Wunderbar. Zack. Hier oben musst du halt nur zumachen, ne? Hier haben sie aufgemacht, aber... Ach mein Gott. Geil, Alter. Guck mal, unsere Waffen liegen auch noch hier. Waffen liegen noch da, alles da. Da hinten ist die Truhe mit den ganzen Kisten und den Regalen, also kann man alles wieder aufstellen, einfach. Geil, da hinten geholt. Na siehste. Böse Schienz kassiert man, Alter. Haben sie nur mal kurz ge... Haben sie nur mal kurz gezeigt, wer die Hosen anhat hier aufm Server und dann sitzt die wieder abgekauft. Das ist doch geil, Alter. Ja. Die hätten uns jetzt auch aus Hass alles zerbomben können. Ja, natürlich. Aber die kommen wieder. Wenn die merken, dass wir hier drin bleiben, dann kommen die auf jeden Fall wieder, Alter. Kann ja nur lustig werden. Hoffentlich kommen die wieder, wollte ich gerade sagen. Aber wie viel C4 hatten die denn dabei? Ich denke mal, deswegen haben sie auch nicht alles weggeballert, weil sie wahrscheinlich gar nicht so viel mit hatten, oder? Ich meine, da brauchst du ja auch schon für die Base, brauchst du ja auch schon hier deine C4 oder was. Da, guck mal alles. Ich muss mal eben hier. Meine Leiche liegt ja wahrscheinlich hier auch noch. Guck mal, meine Leiche liegt hier auch, Alter, die ist noch komplett mit Bolt. Alter, die haben nicht einmal den Dings mitgenommen. Digga, ich hab noch den Lootrop hier drin gehabt, Alter, den haben die nicht mal mitgenommen. Siehste. Krass. Ja, dann packen wir mal Helm hier ganz schnell. So, dann bin ich jetzt ja gleich. Muss ich jetzt nur noch fünf weitere, wenn wir den Tresor von denen kaputt machen, dann kann ich ja weiterpacken. Vielleicht liegt ja dein C4 sogar noch da unten. Ich hab ja keins mehr gehabt. Achso. Ja, dann machst du dir Neues, Alter, zack. Ja, und dann geht's weiter. Das ist auch klackig heute noch. Aber dann kommen die Russen wieder, weil der Pager wieder klingelt dann. Ja, ich mein, die können auch das Knallen gehört haben, ne? Knallen, das Knallen, ja. Mhm. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Das kann aber natürlich auch sein, dass die... Dass der Denius ist. Das... Ist wohl auch möglich. Ja... Gottverdammt, Alter, wo ist mein Hammer? Wir... Wir ficken die Mistgeboten, die haben einen goldenen Hammer. Okay. Das war so viel. Wie die hier oben einfach standen, aber die kamen hier oben auch gar nicht rein, Alter. Hätte ich mich... Ja, wegducken... Ich hätte nicht hochspringen dürfen. Ich bin ja so hochgesprungen. Ich bin schon in AK fertig geworden. Ah, scheiße. Das ist ein zweites Hammer hier. Direkt mal wieder... Drei Stück fertig hier. Ah, den hab ich da jetzt weggebracht. Ja, der TACO-M eben. Guck mal, da liegt der auch noch. Werkzeug. Ah, die waren so richtig human, ne? Aber so richtig human. Glück. Ja. Glück. Die hatten einfach gar keinen Bock auf uns und dachten sich so, ey, was wollen die denn jetzt? Die haben gemerkt, wie das hier drin aussieht, dass hier noch gar nichts ist und haben sich gedacht, Alter... Schießt der Spacko jetzt was. Voll die Bobs, Alter, ja. Die knallen wir mal hinweg. Knall der C4 rein. Und tschüss. Ja. Haben dann gemerkt, ob wir nicht wiederkommen, Alter, und warten direkt für die. Dann pack ich die Kiste mal wieder da drüben hin. Hier ist noch ne kleine Kiste. Noch ne kleine Kiste. Noch ne kleine Kiste. So, hier, falls sie wiederkommen. Voll ausgestattet. Voll ausgestattet, AK. Neben dir. Oh, nice. Besten Aufsätze, Alter. Da hab ich schon alles drauf. Na sicher. So, dann mach ich noch bisschen Munition gleich wieder. Hier, hinter die eine rote Kiste kommt man nur von der einen Seite dran, ne? Hier, da die hintere geht so, aber da geht nur die von der, von der Seite. Aber, die Kiste musste ja hier weg, damit wir hier fighten können. Sollte nochmal was kommen. Ähm. Lass mal wieder die Schuhe anziehen hier. Wie die uns... Wie die auch hier standen, zack, 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 alter, bam. Das ging auch ruckzuck, ey. Die sind gelandet. Den Lootrop schmeiß ich auch erstmal nicht, ne? Das ist ein bisschen risky, glaub ich. Ja. Aber, ach, guck mal. Hätten wir mal Dings mitgebracht, Alter. Holz, ich Idiot. Aber ich bring mich gleich um. Wenn einer hier drin ist, dann bring ich mich gleich um. Und, äh, komm mit Holz einfach wieder. Weißt du, was ich mein? Spawn irgendwo. Hol mir das... Mia ist da mit Pferd? Ja. Okay. Ich bin da... Können wir den Heli hier kaputt machen? Haben wir noch den Bohrer? Bohrer? Den Jackhammer? Den Jackhammer, ja. Hm, ja, ich glaub den haben wir nicht mehr. Ah, will ich noch nen Rucksack. Slash, Kit. Hier. Haben wir neu. Könnt ihr auch neu holen. Den Jackhammer. Unten auch. Essen. Nahrung. Hier ist ein Jackhammer. Ach, das ist das Ding, das ich hier gemacht hab. Okay. Wann das jetzt? Das ist natürlich... Hm, das ist dann natürlich nicht so toll. Da müssen wir die Tür hier am besten zulassen. Oder nur gucken, dass man von da... Sachen reinwirft oder so. Kettensäge. Ich packe jetzt auch erstmal wieder hier überall so hin, ne? Guck mal da. Welchen Jackhammer und Jackhammer sind weg oder wie? Die können auch despawnen, ja. Ah, den Schlafsacker, den soll ich mal jetzt legen, ne? Damit ich hier nicht schon wieder... Ach, dann bringe ich jetzt das Tierchen um. Wo hab ich denn gerade... Hab ich das alles in TC gepackt dann, oder? Wo hab ich denn gerade... Hab ich das alles in TC gepackt dann, oder? Guck mal, die ganze Base kostet 240 Haqm gerade, weißt du? Ich bin auch in der Küche. Ich brauch was zu trinken mit Geschmack. Ich geh'n an die Seite, schubse mit Türen auf, Tür zu. Ich bin auch in der Küche. Ach, das ist so. Ach, das ist... Was ist denn jetzt da? Wenn denn... ...dann brauchen wir nochmal wieder... ...Sulfur, ne? Ja, für'n Schießkohlwack-Kram und so was. Geh' mal gucken. Willst du grad so'n Lachen haben? Na? Oben kommt man nicht raus, nur... Ich hab' die ganze Zeit gedacht, ich hätte noch so'n schönen Red Bull Cola im Kühlschrank, ne? Ja. Also von so'n, keine Ahnung, was für'n Nährsteller. Digga, jetzt rieb' ich grad' das Ding, diese Dose in der Hand, weißt' was das ist? Ja, kennst du diese knacken Backbrötchen? Ja. Scheiss. Wat'n Abtörner, Alter. Scheiss. Oh, was liegt hier denn noch draußen? Oh, meine Leichen sind hier draußen. Die haben die auch überhaupt nicht gelootet. Hier liegen noch 12.000 Sulfur drin, 100.000 Kohle, 5 Schütze nach Kohle. Ne, Digga, die wollten uns nur ficken. Flammenwerfer. Die haben mich hier draußen grad'n nicht gelootet. Ah, ich hab' gar kein Holz, aber hat jemand Holz verbracht? Ey, hier steht noch einer! Digga, hier steht einer neben einer Base! Wie? Hier steht einer neben der Base, Alter! Ich hab' nicht... Doch, ich hab' ne Waffe mit 4 Schuss. Warte, warte, warte. Der bewegt sich. Guy, hello? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wie spinnst du das schon? Ich hab den doch gesehen. Das war ich schon im Schnee, ne? Nein, Wapp. Der stand hier neben der Base. Wapp? Ja. Oh, dann war das einer, der uns gerade... Mich hat einer von Wapp getötet. Der steht doch hier, hier. Guck ins Stream, hier steht einer. Okay, ich gucke aufs Stream. Ja, komisch. Direkt rechts vorm Eingang. Ich hab ein bisschen Delay, warte, ich muss vor dem Stream gucken. Also Munition für mich, ich hab noch viel Schuss... Er hat auch einen Laufpack, ne? Oder hab ich den gerade? Ne, ich hab den. Siehst du das? Ne, noch bin ich nicht auf der Szene. Scheiße, ja, Minute. Ihr Schuss, wolltest du haben? Mhm. Ich hab, ne, ich hab nur vier Schuss. Hier. Da, tatsächlich, jetzt seh ich ihn auch, ja. Ich seh ihn jetzt hier nicht, wenn ich von hier oben komm. Ne. Da steckt keiner. Digga. Komm, was reingeblich, dass da ein Admin ist, alter. Hier ist der Geschütze, ne? Ja, holz. Also für mich steht hier keiner. Bei mir blutet der, alter. Ha. Ja, denke ich mir auch, hm. Komisch. Oh, einer muss oben die Tür zu machen, ich komm. Ich würde mal ein bisschen Sulfur annehmen, sonst ist das ein bisschen zu schön. Äh, ja, doch, Remove können wir machen, stimmt. Sulfur. Ja, da reicht. Ist schon im Ofen irgendwo. Warum, Gottverdammt, geht die halbe Dings da nicht drauf? Oh, Gott. Nicht mal ne ganze, was ist das denn für ne Scheiße? Nee, der ist auch verkehrt. Oh, ich bin angekommen. Ich bin da drunter auch, ne? Da war nur ne halbe Wand, was ist das denn für ein Scheiß gewesen? Ne, war ne ganze. Ich hab kein Holz, alter. Dann kann das auch nicht klappen. Über eine Million Stein, alter. Warte mal. Warte mal. Machen wir das so. Hier oben liegt noch ein Teil vom Handy. Und ein Dach. Wieso kann ich denn die Klamotten gesteckt anziehen? Ja, weil man die auch stacken kann. Also, ich hab hier zwei Paar Schuhe an, vier Paar Hosen und zwei Paar Auferteile. Nur damit ihr Bescheid wisst, mir wird nicht kalt. Also, wenn du auf Dach kommen möchtest, hier liegt noch ein Teil vom Heli zum Abernten. Mein Gott, alter. Okay. Okay. So, so.. Dann lassen wir das nochmal da eben. Fuck, Alter. Das wird sonst voll mühselig. Oh, okay. 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 Da oben haben wir Geschützchen. und kommen gar nicht in der her. Ich hab den ersten befüllt, das ist gut gelaufen Ist das geil ey Ich kann nicht so berühren Ja Von der Seite gehen wir hier nicht runter, ne? Das kann ich jetzt gar nicht einbauen wegen dem Scheißding. Fuck! Geht doch nur so. Warum geht das jetzt nicht? Ich sag mir nicht wegen... Wegen der Decke eigentlich nicht. Ne, da wusste ich doch wegen der Decke nicht. Warum? Da. Ne. Hängt da noch von... Alter. Ich hab gedacht der hat den gerade aufgenommen. Dann kann das ja auch nicht passen. Und hier wollte ich... Und hier wollte ich... Und hier wollte ich... Wunderbar. Wunderbar. Vorsitzender. Dann kann das ja auch nicht passen. Das geht doch nicht. Bis zum nächsten Mal. 今日 ein und ist doch... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ja Ne Da ist ich, Alter Ist ja wieder herrlich, Alter Ne, jetzt geht das hier nicht zu Weiß man den hier ab, scheiß auf Und da, den steht sich komplett ab, okay Ähm, wir kommen ja jetzt nochmal hoch hier Oh, das ist ja schon Ja, echt jetzt? Ja, Zeit, völlig vergessen Oh, krass Ich fühle mich verpeilt Oh, krass 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 Hm? Okay. Alter. Auf 2, 5, 2, 7, 2, 8 so. Mhm. So schnell wie das geht, hört sich aber an wie unsere Russenfreunde. Ja. Ja. Fuck, Alter. Scheiß, Cripp. Gar kein Bock jetzt auf so's, Scheiß, Alter. Ich will jetzt auch mal gehen, wie es. Und wo, 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 wo denn da jetzt geschossen, Alter? Oben, Alter. Die sind oben auf dem Dom. Ja? Ja. Da oben steht ein Brenner Ego. Und von da oben sind gerade Schüsse gefallen. Ja. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe da jemanden rumlaufen sehen, Alter, auch oben bei dem Heli gerade. Ja, da läuft jemand. Gut, dann möchte ich gleich mal hier die Blaue reinladen. Filter weichen. Strom. Strom. Ach nein, der Schloss, okay. Strom. Kraftstoff. Strom. 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 Die randalieren gut, ne? Wirst du das? Hmm. Ja, Hilfe sag Bescheid. ich mach nur grad ein bisschen licht in der base ich versuch ihn da oben vom dom runter zu snipen aber nein achso ich muss ja immer die nacht skippen oder skipp day vote day slash vote day was passiert fuselchen wird angeschissen angeschissen mach schnell ja kannst du jetzt nicht du musst dir bei sowas ein makro legen tpr an von wem hast du angeschossen keine Ahnung achso ach du bist auch verhältn am was machst du da fahren ja ich hab holz geholt du bist hier an der base ne hier an der base ja 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 es explodiert da oben der typ ist weg leucht leuchtet da oben noch lang ich hab mich noch gesehen mal schnell in tech trash rein da da ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen hinten auf 80 rechte seite vom dom aber ich glaube er springt da er will mal gucken ach bin ich noch weit weg der findet grad keinen weg runter würde ich sagen weil das alles noch brennt ach nein hab ich die Dinger nicht mitgenommen Idiot aber den müssten wir gleich ja dann auch so irgendwo runter kommen sehen eigentlich ne ja da unten an der base unten an der base äh hier äh auf 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 130 grad in das dach grad hoch hit ja ich leider nicht glatt nach der hat sich glaube ich Bandagen hinten gegeben jetzt lass ihn ruhig rauskommen boah der boah der erst ein stück vorkommen da muss ein stück vorkommen mir eine Bandagen Hitmarker siehst du auch ne wie viel hast du gesehen hm wunderbar hier steht rechts an links bitte bitte aber ge hittet was nach an ja pass auf warte er ist jetzt deine seite erst deine seite er ist hinten beim haus weg hatte da auf dem pferd pferd gehittet wo ist der denn jetzt hin mit seinem gaul? da geht die richtung? 110 da ist er knapp wo warst du denn? hier unten warte ich hole meinen kram schnell wieder ich komme in der base wieder welcher typ ist das ja gesehen ungefähr ne? ja aber ist der ist der da war ne mine alter hä? siehst du mich schon? ne ich habe aber ne mine gehört ach ne mine ich habe verstanden da ist ne mia ich habe gesehen wo der typ zuletzt verschwunden ist mit dem pferd aber da müsste der da ja noch sein ich wette ich habe das nicht richtig gecheckt wo der hin ist ich sehe dich auf jeden fall aber von wo wurdest du gehittet ist die frage kann auch sein dass es ein anderer war ich bin mir nicht sicher kann auch sein dass der gut geschossen hat einfach military crates sind oben wieder drauf ja bist eigentlich immer schnell zum ding ist nochmal heli hinfliegen ich müsste eigentlich immer schnell zum water treatment ich glaube ich habe die ganzen den ganzen tag trash da im äh überlegen lassen idiot das ist glaube ich bradley kann das sein könnte sogar sein dass er bradley war der hat mich auch mal in der l96 hat mich an der nieder gestreckt ok das ist natürlich auch das ist präzise das ding mhm vielleicht unbedingt pennen alter muss man ja auch schlafen das muss aber ja ich muss also frühs früh kommen kurz techniker alter sich hier mal angucken endlich und der heute einfach vor der türe ja wollte da kommen ja was ist mit dem termin ja aber ich habe gedacht weil ich im haus bin ja ne ich weiß wie der zu laufen hat und ich sage so sorry ich sage ohne termin ist nicht guckt ihr mich an ich bin aus Düsseldorf gekommen ja ich sage was soll ich machen ich sage ich habe Post aus Hagen bekommen ich sage von ihrer Chefin ich sage für die ganzen fehler die hier in der wohnung sind ich sage von da aus sie können sich morgen nochmal melden wenn sie wollen ich sage sagen sie mir aber jetzt schon bescheid ich habe jetzt hier noch 20 C4 am Start ich muss nochmal gucken was da in dem Bunker drin ist ja Meine es dann vor allem könnte da drin da könnte was drin sein ich hoffe Wir sind jetzt schon so weit drin das ist weit aber komm mal runter sonst dann hast du mal ein bisschen Cliffs hier Stoff mit 10 C4 habe ich am Start Kann ich gleich noch 10 machen glaube ich oder so und dann können wir mal gucken, wenigstens einmal gucken was da drin ist, bevor wir uns ausmachen. Dann mach ich doch raus. Was wollte ich denn? Ich wollte nur noch mal eben die Tür haben. Warum hab ich keinen Hammer mehr, Alter? Ist doch... Ich weiß schon wieder nicht, wo ich ihn hingetan hab, ne? Bauern können wir hier rein eh nix. Erstmal. Da ist ein Regal stehen dran. Obwohl, warte mal. Da muss ja funktionieren, ha. Sollte, nicht nass. Sollte. Die kommen wohl gerade nicht erschreckt. Ach, schnell. Stoff. Die Kisten stehen hier rüber, Alter. Natürlich. Ja, machen wir das hier auch. Immer wenn die Türen mit der Türe zuhören, passt das schon. Das ist wie ein Stoff. Da muss doch nicht so Stoff sein. Die ist jetzt schon so schön. Vorne, oben, links glaube ich. Da, ja. 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 Ich kann das Haus sehen. Da, da. Eine Faust? So, 22 C4. Damit kommen wir da rein gleich. Da ist noch zwei, wenn du... Ja, aber drinnen ist nur Metal Sheet. Zum Glück. Ich bin schon. Da sind wir noch ein paar mehr. Ich geh mal eben... Erhoffen wir. Wir gucken mal was. Ich meinte, wir kommen. Danach bin ich auch raus. Ist Feierabend für heute. Nein. Nein. Danke. 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 Hier, schauen wir da rein. Wie hayes wieder zurück? Na ja, wir haben auch keine Rüstung und so, das kommt auch auch dazu. Aber, puh, ist das nicht schlimm. Da können wir uns da bauen. Ja. Habe ich 22 Stück dabei. Ich lass mich einfach empfehlen. Habe ich noch? Rauchgranate habe ich gefunden. Fünf Stück. Wollen wir ihn hier an, Alter? Das kommt jetzt ein Buller, ja. Ich habe jetzt nicht genug Stoff hier mitgenommen, oder was? Warte, warte, ich hab was für euch, ne? Guck mal mehr. Hier? Dann wieder 40 Kasul vorfertig. Guck mal, hier ist was weißes für dich, Aldo. Hier, Mia, ich schmeiß dir auch mal eben was weißes in den Kopf, ne? Aha. Ach guck mal, er hat drei Paar Schuhe an. Oh Gott. Sprung Party. Machen wir das hier auch noch direkt. Dreimal. War denn noch ein weiß? Keine Ahnung. Nehmen wir den noch. Dreimal der Schütz gegen Kälte. Naja, Metallmaske, ja, kann man nehmen, aber... Die macht kalt, ne? Guck mal hier, zieht das nochmal an. 60 Kasul vor sind noch fertig, falls du dann noch irgendwie... Guck mal wie... Mia, ich hab hier noch was für dich. Und hier in den Armer. Habe ich dir seinen rausgeschmissen? Guck mal hier. Der schützt vor Kälte der Schutze an. Guck mal eben hier links zurück. Okay. Die Rüstung packe ich auch hier rein, weil... Ist halt gerade... Oh, warte mal. Hey, Moment mal, was haben wir denn hier? Tja. Alter, warte mal. Wir können... Hast du Leitern? Ne. Machen wir mal ein paar Leitern. Hier war schon mal Explosiv-Money, Alter. Boah, Alter. 23.000 K Schießpulver. Ja, ich hab da noch was reingelegt. Ich mach jetzt erstmal nochmal Munition. Zack. Explosiv-Money. 4 Stacks. Dann machen wir mal 6 Stacks. Damit kannst du, wenn du unten in die Ecken schießt... Wir brauchen aber den Schalldämpfer dann für die AK. 2-3 Stück. Im Auge halten. Dann kann das keiner hören, wenn wir da drin sind. Naja. Was für Palaver wir machen. Okay. Oder auch wenn wir die Türen überhaupt aufschießen. Warte, ach scheiße. Dann sollte ich mal... Machst du grad Schalldämpfer? Sonst mach ich die mal eben. Warte, kann ich machen. Ich guck mal, was ich brauch. Habe ich schon hier. Ich mach uns mal 10 Stück. Warte, okay. Alles klar. Ja. So. Und wir sollten... Ersatz-AKs mitnehmen. Ich glaub ich hab noch... Ob ich noch eine reingeschmissen? Machen wir den mal eben. Wir haben noch eine Jungen. Machen wir eben eine. Zack, dafür brauchen wir noch Holz. Glaub ich auch. Waffen. Ähm... Metallfeeder brauch ich noch. Acht Stück. Äh, hier. Oder alle aus. So. Zack. Dann brauchen wir dafür... Da brauchen wir eigentlich nix. Die zweite AK ist ja nur für Dings. Oh. Dann... Einmal hier. Einmal hier. Okay. Okay. Den Dings nehmen wir... Nämlich nur die goldene AK, alter. Die kurze jetzt für Dings, alter. Für die Exklusiven hier einfach. Ich hab fünf Schalldämpfe auf meiner AK getroffen. Also ultra leise. Ich weiß nicht, wie... Nee, ich kann uns... Ich weiß nicht, wenn einer kaputt geht, ob die anderen da bleiben oder ob die anderen verschwinden. Das ist immer interessant. Das ist immer interessant. Hier. Exklusivmonie nochmal. Mhm. Lade ich gleich mal rein in die... Kommst du... Kommst du mit oder sortierst du noch vor sich hin? Die ist doch dir noch. Wie die sich freundet... Vielleicht beim 420. Vielleicht beim 420. Warte mal. Ich muss mal immer tier das... Ach. Immer wieder, wenn ich das Kild angewendet habe. Ich muss mal eben nochmal... Ich hab aus Versehen... Oh krass! Ich geh bloß nicht raus! Warum? Äh... Ja, ich wurde abgeballert. Vor unserer Base sind welche. Okay. Also einer. FCJ. Junge, Junge, Junge. Wir haben wieder gespawnt. Vor unserer Base. én. Wie liebe, Junge. Ich sch Task. Ich binophlie. Seh ich nicht Er durch den Ofen gerade jagt Ne, ein Ofen ist nur an Ey, ich wurde getroffen von irgendwas Ich weiß nicht von wo, schallgedämmt wurde ich getroffen Ich bin erschrocken Ich bin erschrocken Ich bin vor die Türkein Ich träg' einen zwischen den Hörner. 22 C4 Die Leiche ist noch da, ne? Ich geh raus. Er ist irgendwo auf der anderen Seite und hat mich beschossen. Gib dir Deckung. Er hat C4 da mitgenommen. Wohlensohn, Alter. Egal. Ah, wie nervt. Wollte doch jetzt mal ein bisschen Action machen, ey. Mal aufpassen, dass der uns damit nicht gleich noch kaputt macht. Obwohl es 22 hat, da sind zwei Winde. Da, schon wieder. Da hab ich gehört. Weißt du nicht vom Büro, ne? Ne. War nix, ich wollte noch mal. Ich wollte noch mal schießen. Da, ich seh. Kopfschuss, Alter. Auf 280. Hau ab. Da hat eine Wand gesetzt. Siehst du auf 280 die Steinwand? Ja. Ein verarschen, Alter. Der wird, äh, würde ich sagen, der kommt gleich von der Dings, Alter. Von der anderen Seite von dem Berg. Wenn er schlau ist. Er hat einen Heller gekriegt, ne? Er hat einen Heller gekriegt, ne? Wer hat jetzt dann bekommen? Ich wurde getroffen. Ich. Von wo? Keine Ahnung. Du kriegst ja auch von hinten einen, so. Da ist... Hier ist ja nichts, wo du irgendwo gestanden... Ah, ja, Mann. Das muss von... Pass mal auf. Ich schmeiß dir mal hier die Läfte hin. Danke. Davon auch und... Ja, davon kannst du... Von wo kommt das Ding denn rein, der Schuss, Alter? Das ist die Frage. Als wenn der hier durchballert irgendwie. Keine Ahnung. Ja, hier hat der reingeschossen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht von wo. Oder ob der echt hier so rein... einfach reingeschossen hat. Ja, ich glaub er, der hat hier reingeschossen. Einer ist bei mir hier am Felsen auf jeden Fall. Ich hör ihn. Müsst du ja auf G gucken, wo ich bin. Hm. Du bist da der den Berg hochklautscht. Hab ihn? Hab ihn auch noch eingegeben, aber ich glaub... Runtergerutscht, ne? So, ich hab jetzt jetzt hier wieder. Hm. Hm. Was hat der noch dabei? Alles mitnehmen. 26 Karsulfur, alles. Und ne schöne LR haben wir jetzt. Ich schieß noch mal ein bisschen in ihn rein, aufs Frust. Pass auf, dass der da nicht irgendwo kommt mit nem Versteck und ne Dings hat, ne? Also ein Schlafsack und Versteck. Mhm. Gibt die Deckung. Fotze ey. Guck dir wer er ist. Ich mach die Tür auf und der schießt mir einfach mal auf. Schießt mir einfach mal auf einfach. 36 Karsulfur hab ich auch noch mit übrigens von ihm. He. Der Hund, alter. Das war ein richtiger Hund. Können wir doch gleich noch gucken, alter. Ähm. Können wir doch mal gucken gehen da unten jetzt. Wir haben unseren Kram wieder. Schön mit der MP5 hab ich ihn geholt, ey. Ich komm doch mal nach unten, ne? Mhm. Ich bin draußen. Ist für die Tür? Ich bin mal alles rein, schnell. Ja. Was braucht ihr? So, Mia. Ich möchte die jetzt hier nicht durch ein... Wo darf ich denn jetzt? Ich pack hier unten mal rein, ne? Weißt du mal? Mhm. Was hab ich denn überhaupt von ihm geholt? Da hab ich... Modelt AK hab ich... Ja. So, ich auch nicht mehr. Ja. Und ne schöne LR haben wir jetzt. So, wollen wir mal gucken da unten, oder? Mhm. Hehehe. Na klar, die Kleine ist mit Explosiven und ich schon durch. Ich geh den anderen Ausgang, ne? Okay. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hehehe. Mein Gott, aah. Hm. Hier, da ist nochmal 31 Kasufu fertig, ne? Hahaha. Das ist geil. Ist die Base jetzt so wirklich dumm. Das ist hundertprozentig der Typ gewesen, alter hier mit dem Pferd, oder meinst du nicht? Da liegt ein Bag. Ja, ja. Ja man, hier steht auch ein Pferd, alter. Das ist das Pferd von dem. Stimmt. Und da ist ein Schlafsack, alter. Also aufpassen. Gut, da war Schally drauf. Guck mal, der hat doch schon Leitern hier rauf gemacht, also entweder können wir von oben mal gucken, oder wir gehen hier weiter in das Loch rein, was ich schon gemacht hab hier. Ähm. Meinst du? Also hier wär... Schlafsack weg. Jo. Du bist schon drin, oder? Von irgendwo? Ja, ich weiß nicht, ob wir hier weitermachen oder ob wir... Ja, hier ist in der Seite Metal-Sheet. Ich würde... Ober aufs Dach gehen. Warte da. Leitern sind auch schon da. Boah, Deger. Das sind Honeycombs. Was braucht ihr denn? Hier, ich würd hier einfach... Schmeiß mal... Gib mir auch mal ein paar C4. Wir schmeißen direkt auf einmal jeder drei Stück dagegen. Oder jeder erst mal zwei. Weißt du, so direkt hinterher, oder? Achso, ich kann den... Ja, da, genau. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Einen noch. Hey, ist kaputt. Vorsicht beim Durchlaufen. Öfen, Alter. Ja. Sulfuroor. Oh, hier liegt einer. Hier liegt einer. Rocket Launcher. Boah, hast du gesehen, Alter? Da ist ein Dings... Ja. Ne, ne, L96. Genau. Schöne gemoddete. Kann er seine Schuhe behalten, Alter. Jo. Ey, guck mal hier, die Kisten, Alter. Ich mach die Kisten weg, Achtung. Schalli, AK. Nein, nein, die sind offen. Ach ja, okay. Die ist... Ja, stimmt. Guck mal, Alter, ne LR auch noch. LR. Noch ne LR. Ja, der Kilt, der kann wegbleiben. Die Spasspumpe nehmen wir auch mit, Alter. Ja. Die Handschuhe zieh ich an. Maske nehmen wir mit. Munition kann ich nicht mitnehmen. SMG-Gehäuse nehmen wir mit, damit er keine Faxen machen kann. Sprengstoff zum Anfang, MP-Muni. Ja, ey, die Bolt müssen wir auch mitnehmen, Alter. Essen haben wir genug, ne? Essen haben wir genug. Ja, aber die ist verschlossen, die Kiste hier. Die ist wahrscheinlich interessant hier. Und hier der Dings, der TC ist interessant gleich, Alter. Okay. Komm, schmeiß... Warte, wir schmeißen wieder jeder 2C4. Wo bist du da? Ja. Eins, zwei, drei. So. Da fliegt jetzt alles in die Luft, ne? Hihihi. Und danach müssen wir schnell hoch. Oh ja, das war allerdings, Alter. Ich lass die Facemess hier. Die Kiste, die verschlossen war 46C4. Mitnehmen, Alter. Nee, ich kann nicht mehr mitnehmen. Fuck geht's ohne Ende. Guck mal hier, was du noch mitnehmen kannst. 14.000 Euro. 8.000 Dings, das kriegen wir noch mit. Das kriegen wir noch mit. Ja. 8.000 Dings kriegen wir für... Scrap ist ja wichtig. Ja, wir müssen uns Waffen für Scrap kaufen. 538 Spritzen, Alter. 100 MP-Munition lass ich hier, ne? Ja. Die droppen wir aber. 60k Sprit müssen wir mitnehmen. Kannst du aber tragen. Ich lass Metal-Face-Maskier. Ja. Warte. Da ist noch Schund. Da ist auch noch Schund. Ich hab die Maske dahingeschmissen. Da, 612 Dings müssen wir mitnehmen. Ach, komm hier. Für die Brust, Alter. Scheiß drauf. Aber hier ist Stoff auch. Komm, wir können ja gleich nochmal laufen. Lass mal eben abhauen. Ich würd sagen, hier ist auch noch mehr eigentlich zu holen, ne? Hast du die Dings jetzt mit? Die, äh, den Fuel? Ja, ja. Ah ja, okay. Ich kann rausgehen, ne? Ja. Ne, im Tour hab ich übrigens auch mitgenommen noch. Ja, dann lass abhauen. Wir holen den Rest gleich, wenn wir nochmal... Alles klar. Wenn wir wollen. Ja. Da liegt noch ein Schlafsack rechts an dieser Base. Guck mal da unten. Ja. Den mach ich nochmal weg. Ich hab auch AK mit Explosiven. Oh, Schüsse, Schüsse auf mich. Ich bin da, nein. Ist das denn? Ich mach mit... Ich hab nur Schalldämpfer drauf. Ah, sorry, sorry, sorry. Kein Thema. Oh, warst du da... Ah, okay. Ja. Achso, ich hab hier aus den... Achso, Friendly Fire ist off. Ja, sauber. Können wir uns gar nicht gegenseitig abschießen. Geil. Jetzt haben wir 53 C4 übrigens. Mit 22 losgegangen. Da unten sind noch 30.000 Leder, 40.000 Stoff oder so. Können wir gleich nochmal hingehen. Ja. Wir müssen jetzt... Ich nehm jetzt mal eine Kiste und pack da alle Waffen rein. Ich hab glaub ich gefühlt 15 Waffen dabei jetzt. Ich hab einen Raketenwerfer, eine LR 300, eine L 96, hab ich da mal mitgenommen. Ja. Hier, ich pack die billig... Pistolen pack ich raus, ne? Die kriegt man ja immer, wenn man... wenn man stirbt. Genau. Granatwerfer mit... 40mm... mit 19... 40mm HE-Granaten. Ach, komm hier, ich hab da... Da hab ich die passende Munition reingepackt, geradezu. 40 Rockets und 10... In... Geil, Alter. Da hab ich hier noch ne M2 Polities ohne Ende. Das ist so gut. Ey, ich wäre dafür, wenn wir hier... Boah. Ey, ich hab ne 106... 209K Metal hab ich mitgebracht. Also geschmolzen. Und ich pack nochmal in den TC 196K. Zauber. Und 96K Schwefel. Nicht durchgebrannt. Nochmal 10,5 davon. Ja, da geht schon ein bisschen was, ne? Ich pack mal... Ich pack mal alle... Alle dicken Waffen irgendwie... 60,7K Sprit, Alter. 11.000 Scrap. Ich hab auch noch... 1.000... 1.000... Ich hab auch noch 7C4, ne? Also haben wir 59. Insgesamt 60 Stück haben wir jetzt. Ich hab auch übrigens noch 1.900 Explosiv-Muni mitgenommen. Also... Das ist noch ein bisschen nicht. Ey, da ist noch mehr zu holen, glaub ich, ne? Oder meinst du, wir haben den perfekten Weg erwischt einfach? Ich kann sein, ja. Ja, da waren dann Metal-Ränder. Wir haben auch jetzt noch genug. Wir haben auch noch genug C4. Ja, und die Base zerfällt. Die Base zerfällt ja sowieso. Hier ist ja nix mit TC aufstellen. Guck mal, ich hab jetzt mal die dicken Wummen. Und alles, was so mit Schild zu tun hat, hier in die Kiste gepackt. Hier unten. Da sind jetzt die ganzen... Alter. Äh... Ja, genau. Wer ist das? Mir? Hier. So. Also... Alles, was man nicht selber bauen kann. Hier in der M2 übrigens auch noch. Was, alter? Hat's ja gelohnt. Ja, man. Die M2 nämlich direkt mal mit. Mit der können wir ja eigentlich... Mach aber den Laser-Aufsatz drauf. Hier, den noch, der K-Warte. So. Jetzt hast du den Laser-Aufsatz drauf. Auf jeden Fall besser. Ja, genau. Ich bin immer mit anstatt der AK. Komm, ich nehm ne LR mit, alter. 1900 Schuss, werde ich da mal reinladen. Auf ganz locker. Pack die AKs mal raus, ne? Kannst du auch, ja. Dann packen wir die AKs hin zu diesen... äh, Kraftwaren Waffen. Ja, genau. Stimmt. Alles, was hier drin ist, ist halt nicht Kraftware oder was, ne? Schmuckstücke. Hier haben wir auch noch mal C4 Dings. Pack ich da vorne auch mit rein, ne? Warte mal, hier war da glaub ich irgendeine. Ja. Haben wir nur eine LR gehabt? Ohne Wunder. L96, ich ja, ja. Ja. Und LR? LR hab ich eine genommen und eine ist noch hier drin. Da hatten wir dann Minimum zwei. Geil, ey. Dann nämlich die... L96 mit. Wie viele Multis hab ich noch im Inventar. Hier haben wir auch noch mal eine. Guck mal, wie viele Waffen wir haben. Wir haben von der Stunde angefangen zu spielen gefühlt, ey. Kiste ist aber voll. Kannst du auch den Rocket Launcher mitnehmen und damit mischen die Wände eine weiße Hölz. Ja, ne? Hast du recht, Alter. Ja, Alter. Ey, guck mal, genau. Ich muss Spritzen wegpacken. Ich hab 538 Spritzen, Alter. Da kann, da ist C4. Wer ist denn da? Warte mal. Ja, ich pack hier nochmal wieder ein bisschen C4 mit rein. Wieso sind das 15 Astex? Guck mal, jetzt sind das hier 535 Astex. 553, so. Machst du C4 rein? Hier in die... Hier in die Dings. Ich glaub ich hab die 7, ne? Ja, ich nehm auch... Ich pack nicht alles mit. Ich muss mal eben noch was gucken hier. Warte mal eben. Ich nehm auch nicht alles mit. Ich nehm nur... 20 mit wieder. Dann haben wir hier jetzt noch... 37 zu Hause. Ich hab 7 mit. Das reicht. Jo. Ich geh da unten raus. Mhm. Ich hab zwei Raketenwerfer mit, ne? Ah, ich hab zwei... Warte, ich hab... Ich hab 72 Rohr mitgenommen noch. Die will ich nochmal eben wegbringen. Klar, sicher, sicher, alter. Geht schneller. Logisch. Da ist auf jeden Fall noch mehr zu holen in der Base. Das kann nicht alles Honeycomb gewesen sein. Digga, dann wären wir aber richtig dämlich glücklich. Warte, dass das Pferd von mir nicht erschrecken. Meinst du, war da was drin? Bin fair. Ah, Hufeisen und Dings, damit das schneller ist und ne Rüstung. Ich mein, jetzt sind doch noch 7 Leute online und wir sind 3 davon, ne? Ha ha haaa. Ich weiß nicht, was man hier... Also, guck mal. Wenn man hier rumläuft, eigentlich ist doch vorn die Eingangstür. Eigentlich ist doch von hinten reingekommen. Ja, aber dann müssen wir es recht von vorn, dann müssen wir es recht von da weitermachen und uns durch die eine Wand springen. Guck mal, hier liegt auch eine Tasche. Oh, was ist das denn, Alter? Oh, die Dings kommen auch mit dem Fügel, aber da hat man nicht mehr Fehler. Wunderbar. Willst du den Rock-Launch mal ausprobieren? Was für eine Frage. Boah, 200. Und weggegangen. Vorsicht. Hätte nicht mehr zwei werfen können. 350. Schally, 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 Schally. Einfach mal Lärm. Die ist kaputt. Irgendwann hat man da hinterher ein Holz kaputt geschossen, glaube ich. Aufpassen da, ich sehe noch was. Digga, da pennt noch einer. Ja, moin. Noch zwei Raketenwerfer. Digga, guck mal, der noch in der Hand. Oh, 2L96, 300, ey, wir müssen zurück. Kannst du mitnehmen? Ich bin full, Alter. Ich muss auf jeden Fall so zurückgehen. M39, Mia, yes or what? Das kann da rein. Dann nehmen wir die hier noch mit. Digga, wir gehen jetzt auf jeden Fall. Die Kiste hier ist... Boah, Alter, lass uns das gleich machen. Lass uns erst zurückgehen. Ich nehme noch mal alles mit dir, was ich mitnehmen kann an Waffen. Wir nehmen jetzt gleich Holz mit, Digga. Wir nehmen jetzt gleich Holz mit. Wir nehmen Holz, Metall, Dings und wir bauen uns eine Türe ein und machen das Ding komplett leer. Alter, was können wir hier alles mitnehmen? Zum Westen soll ich ja alle mitnehmen? Ne, nehmen erst mal Waffen. Oh, hier ist HE-Munition. Hier ist noch eine Bolt, noch ein Raketenwerfer. Besser Munition mit, Spritz. Egal, bleibt einfach hier. Nur Raketenwerfer. Ich weiß auch, die Platten. Die Platten können wir uns so schnell wiederherstellen, ey. Oh, guck mal hier, ein Airdrop, Alter. Nehmen wir auch mit. Aber wir müssen los, Digga. Die brauchen wir nicht, ne? Wir müssen auf jeden Fall jetzt wegbringen. Das hat man, diese Pam, 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 das hat man gut gehört. Wer weiß, ob die... Hier sind noch zwei Boltys, holen wir gleich. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehr zu. Und ich denke mal, hier hinter ist noch jemand. Wunder Pro. Ich nehme noch die beiden Boltys mit. Ja. Also ich habe jetzt im Inventar... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Raketenwerfer. Drei L96. Drei LR300. Drei AKs. Eine M39 zweimal. 114 Tech-Schrott. Dann, ja, den Loot-Drop. 1400 HV, äh, Sniper-Mony. 10 HE-Granaten. Hast du Handschuhe an? Nein, nimm dir mal aus der mittleren Kiste die Militär-Handschuhe raus. Ah, ja. Easy. Ja, ich habe... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ne. Was ist das eigentlich für kleine AKs hier? Das sind die kurzen mit einem Skin. Das ist die gleiche, die ich auch hingeschmissen habe, diese goldene. Also ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf AKs, drei Volties, eine LR und drei SMGs. Geil. Da finden wir auf jeden Fall noch so jemanden, ne? Eigentlich müssten wir uns hier einen Scrabber hinstellen und viele Waffen, Alter, wie Raketen werfen, einfach Scrabben. Weiß ich, Mann. Stimmt schon, ja. Oder die spawnen lassen. Da, Munition raus. Ich weiß auch nicht, was wir mir zu viele AKs wollen. Ich lasse die auch einmal spawnen hier, oder was? Ne, ja, wir können... AKs können wir vielleicht echt, äh... AKs und Bowls, so weiß ich mal, in so eine Kiste. Dann nehmen wir dafür hier die Dings raus. Dann nehmen wir dafür die MP5s und so die Spiele auch eh keine Ahnung, oder? Ja, hier, die Thompson Custom SMG und sowas, sowas kann raus. SR kann auf jeden Fall raus. Die Billig Pumpkins kann raus. Können raus. Hier nochmal zwei LR3, äh, L96. Die kommen dann... Wo haben wir die denn drin? Ich kann es heben. Ne. Ich packe mich hier rein. Ne, die L96 hätte ich ja gerade mitgenommen. Ich packe die hier hinten bei den Medics mit rein. So, dass die so ein bisschen... Irgendwo anders mit dabei sind. Und dann packe ich da noch zwei LRs rein. Ganana hat Kahn mit bei. Texschrott hatte ich auch irgendwo gesehen. 61 Laptops habe ich mit, da kriegen wir irgendwie keine Ahnung wie viel Texschrott draus. Und ich habe 114 Texschrott mitgebracht. Geil. Oh, guck mal hier. Aber wo haben wir Texschrott? Da packe ich den Lootrop auch noch mit drauf. Munition, HE-Granaten. Da haben wir schon eine Kiste rein für Aufsätze nehmen wir schon. Eigentlich können wir eine Kiste für alles nehmen mittlerweile. Jeder Gegenstand braucht eine eine Kiste geführt. Guck mal, hier hinten sind auch noch Sachen. Ist auch noch Platz, ne? Dann packen wir hier hinten, packen wir das alles rein, Alter. Und die LRs auch. Und C4, was wir überhaupt haben. Und Reserve auch. Weil die Kiste siehst du nicht sofort, weißt du, ich meine? Ja, und ich die LRs hier auch mit rein. 105 HE-Explosions-Granaten, Alter. Digger, ich werde nicht mehr. Vollkommen übertrieben, Alter. 142 Texschrott. Fag ich oben mit da. Oh ja, was? Nirgends wo solche Waffen rausgeschmissen eigentlich, weiß wie ich meine. Achso, die LRs hat dich da reingepackt. Puzzlechen, damit die L96 damit, oder sind die da oben? Da oben, genau. Damit die so ein bisschen safe sind. Nicht stopp dich, du nass. Ich nehme mir mal ein paar Pimpchen mit hier. Barriereginen-Dinger. Guck mal hier unten in die Kiste hier rechts, bitte. Kannst du dir sogar die AK nach Farbe auswählen. Ich habe schon mal ein bisschen sortiert. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir nochmal runter, oder? Ja, ja, sicher. Ich habe hier noch eine M39. Ich habe noch ein paar M5s, die ich hier reinpacken. Ach, wir haben so viele Waffen, ich schmeiß die ganzen Projekte auch mal hier rein. Scheiß drauf, ey. Die ganzen SMG-Dinger, das hier mal... Einmal gehe ich noch mit unten rein, alter, knall ich das nur auf, aber dann muss ich pennen, ey. Ja, ich muss auch unbedingt gucken, ey. Laptops packe ich schnell noch hier irgendwo rein mit. Weil ich schmeiß die schnell hier hin. Ich gehe noch ein Kusschen. Ja. Laptop. So viel können wir gar nicht schießen, wie viel Waffen wir haben jetzt. So. Castle, oder nicht? Ja, die lassen wir halt die spawnen, oder? Die kurzen hier. Ja, die kurzen sind halt nur ein Skin, die haben die gleichen Werte wie Dings. Hast du geguckt, dass die keine Aufsätze haben? Ist eigentlich egal. Die haben hier Muscle Breaker, ja. Hast recht. Ey, ihr Scheiß hier, ey. Vielleicht soll die Raketenwerfer wieder mitnehmen. Ja. Wäre sinnvoll. Mal ein paar Rockets mehr, ich hab 17 C4 noch. Dabei. 10. Mal gucken wir doch nochmal, was sich da noch so hinter verbirgt. Mal gucken, ob unsere Base Mower noch steht, wenn wir uns einloggen. Mit Sicherheit nicht. Wenn die da unten kommen, je nachdem was die noch haben, Alter. Ach, guck mal, nur noch wir beide müssen warten. Brauchen nur noch zwei. Versuchen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaub wir haben auch wirklich direkt den Jackpot Bunker hier aufgeknackt, ey. Ja. Da wird mir wahrscheinlich noch genau so einer hinterliegen, wenn nicht sogar noch zwei. So lang wie das Ding noch ist, auf jeden Fall Oder vorne kommt halt gleich dieser ganze Scheiß mit den... Ach nee, Workbench brauchst du ja Vorsicht Was liegt hier noch so? Ach Fuselchen ist hinter uns, hab ich mir erschrocken Aufpassen wegen Fallen und so, ne? Hier ist noch 40... Ach, hier nehmen wir mal 40.000 Leder mit Hier ist nix, okay Was meinst du? Hier, nach links weiter oder geradeaus? Metal Sheet ist günstiger, ne? Ja, aber da ist, glaube ich, die Außenwand, ne? Ja Eins, zwei, drei Ja, dann ist da ein Dings Das kann die kaum nur Dann gehen wir geradeaus, oder? Ja, ich würde auch sagen, geradeaus und dann links irgendwie wieder Oder sollen wir jetzt schon links? Er sagt sie jetzt links Ich kann vier Stück auf jeden Fall so gegenschmeißen Hier komm, eins Los Okay, Vorsicht Fuselchen Achtung Die ist weg Garage Oh War das hier schon das Hauptlager, oder? Hier geht's auf jeden Fall nochmal hoch Hier ist ne Türe Ich hab kein C4 mehr Das musst du überlegen Übernehmen Ich weiß gar nicht Eins, weiß ich gar nicht eins in der rakete reicht glaube ich und dann noch eins ja da hab ich sogar noch kleine exklusiv moni immer die stehst im brand egal Ah, ist mein Scholli schon in den Arsch gegangen in der Zeit? Ja, meine auch Boah, hunderte noch, komm Ach, leck mich doch am Arsch, da meine Ich hätte das Ding hier auseinander genommen, ey, ich brenne schon wieder Alter, jetzt, hast du noch C4? Ja Hier ist nämlich wieder eine Türe Oder wir müssen hier nach rechts drücken, mal gucken irgendwo Hier hinter können wir auch Direkt Nein Aha Vorsicht Ach, dich geht ja gut, geh mal runter Na, 30, Alter, die kriegen wir aufgeknallt, warte Jetzt so Pam-Pam, Schotfindenfaller wird gewesen Digga, ich glaub hier ist tatsächlich nichts, ne? Na ja, hier nochmal gucken Warte, was geht denn hier hinter? Ja Hier hat auch nur noch 400 Die hat nur noch 400 Detail Die hier, ne? Ja, die Die Ne, weißt du, was 400 hat, das ist der Rahmen hier, der da drin ist Vorsicht, Vector Vorsicht, Vector Hier die 1,4er Letzte vier Stöcke Ja, ich glaub' das war's, oder? Das war, glaub' ich, das Lager da unten Hier ist noch ne Türe, die machen wir mal auf. Ich hab ne Rakete, Vorsicht, Vector. Okay, ich hab noch C4, sonst... Pass auf. Muss ich das noch weiter zu gehen? Ich zähl mal draußen die... Hier sind Vector drin. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Ich würd mal sagen sechs und der Rest ist nur noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, wir sind eigentlich drin. Wir sind komplett im Inneren drin hier eigentlich. Ja, der Rest ist Honeycomb, würd ich sagen. Ja, ja. Geh mal wieder rüber. Nice. Ja. Aber die ganze Pace kaputt gesprengt. Wenn die sich morgen einloggen, ey, die haben auch gar keinen Bock mehr. Die haben nicht eine Waffe mehr, nichts. Ich glaub, die haben das Gefühl 30 Waffen abgenommen, ja. Ja, alles. Aber auch so unordentliche Köpfe, Alter, mit den Kisten, ne. Ja, die haben wir keine Lange. Dass du nicht mal irgendwo raiden gehen kannst und dass du... ...dass einfach alles ordentlich ist. Ja. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck, ne, dieses... Naja. Das wird so ne Rache geben, ey. Die wissen doch ganz genau, dass wir das gewesen sind, ne. Die denken sich auch, ach, da oben ist ne neue Hütte. Sollen die sich denken, was die wollen, die Affen, ne? 20 Minuten, dann kommen die auch mit 40 C4 um die Ecke und dann... ...bringen die uns mal auf. Ja, wird eh passieren, wenn wir pennen. Ja, ja, klar. Ja, das ist doch mal... Ja, war doch gut. Anfangs schwierig. Wo wir uns mit dem Helian gelegt haben und danach... Das war... ...sehr erfolgreich. Pusselchen, gehst du schlafen? Hier ist ne ganze Kiste mit Ausrüstung, halt. Das ein normaler Server wäre hier, ey. Hier, ich logg mich beim TC aus, ne. Mhm. So. War doch lustig, Alter. War doch lustig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kann man morgen noch ein bisschen... ...n bisschen Spaß haben hier und dann geht's ja los, dann hast du doch schon... ...und das wär so'n Ding, wo jetzt der Oriel mitbeikommen könnte, glaub ich. Direkt zack, der wird sich auch wie ein Paradies fühlen. Der würde direkt eine Kiste aufmachen, würde 30 Waffen sehen und würde direkt... ...kommen. Sofort. Da ist auch, Alter, grad die eine Kiste... ...das ist auch gestern die Kiste, die wir da hatten... ...auf Stammknappe, Alter. Ja, ja. Boah. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, du bist rausgeflogen. Jo. Achso, wir machen aber jetzt gerade auch aus. Ja. Aber hier ist auch Montags und Dollars aus dem Vibe, ne? Achso, okay. Ja, aber Donnerstagabend dann. Mhm. Aber ist auch immer gut. Ist ja, ist ja halt nur, um sich wegzubomben. Jo. Was ist das Gute? Ja, das ist ja hier bisher... Ich mach's schon mal aus. Mal wieder mal lang. Ich werd mal so zerstört sein. Und wenn wir morgen definitiv vor dem Vibe noch mal gucken, was wir hier misshandeln können. Mit einem Raketenwerfer auf den Rücken und einem in der Hand. Und bis morgen.